Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten. Das Hintenberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Ziel aus und der Toll-Fisch-Gottgart ist Deutscher Fußballmeister. In meiner langen Karriere gab es ja auch diesen verdammten Videobeweis nicht. Ganz ehrlich, ich war schon so ein Freund davon, weil ich gedacht habe, das wird gerecht. Aber für uns Stürmer ist es eine Katastrophe. Der Schiri sagt mir, dreimal drei Zentimeter. Dann frage ich ihn, ob er drei Zentimeter mit der Technik, die wir heute haben, wirklich überprüft werden kann. Wenn die Kamera von 45 Grad auf die zwei letzten Männer schräg drauf schaut, wie sollen die sehen. Der Schiri hier auf dem Platz kann nichts dafür. Deswegen ist es auch vollkommen vergebene Mühe, mit ihm darüber zu sprechen. Aber das System ist im Moment einfach scheiße. Und das tut weh als Stürmer, klar. Deswegen bin ich echt froh, dass meine Karriere die meiste Zeit vorbei ist und ich nicht mehr die nächsten zehn Jahre damit spielen muss. Mario Gommes zweifelt an der Sinnhaftigkeit des VAR nachvollziehbar, denn das war schließlich Gommes erster Hattrick seit dem 2.04.2017. Damals noch für den VfL Wolfsburg. Die Zeiten sind vorbei und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Abseits Hattrick auch was Besonderes, aber für uns jetzt nicht so wirklich erbaulich. Das stimmt schon. Ja, jetzt schon legendär, das Interview von Mario Gommes. Ich stelle dir gleich mal die alles entscheidende Frage. Hat Mario Gommes recht? Macht der VAR, so wie er aktuell ausgeführt wird, wenig Sinn? Ja gut, das sagen wir ja schon die ganze Saison über. Also so, wie er aktuell ausgeführt wird, definiert wird, macht es relativ wenig Sinn. Das ist gar keine Frage. Wir werden natürlich nachher noch ausführlich auf das Spiel gegen Sandhausen eingehen und wir werden natürlich auch noch die Upside-Situationen jetzt vielleicht nicht detailliert, aber so ein bisschen besprechen. Aber beginnen möchten wir heute mit einem kleinen Rückblick und zwar auf die Viererkette. Die letzte Woche Donnerstag in Stuttgart stattfand. Wir haben ja mehrfach darauf hingewiesen. Pustring-Talk rund um den Pustring-Nachspielzeit und wir STR haben die Möglichkeit bekommen, mit den beiden Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und Christian Riedmüller zu sprechen vor Live-Publikum. Und das war schon sehr, sehr aufregend, Sebastian. Wie aufgeregt warst du denn am Donnerstag? Ja, ich war sehr aufgeregt, weil ich muss ja gestehen, ich hatte mich in den Vorbesprechungen aufgrund Zeitmangel so ein bisschen rausgezogen und hatte dann bei der letzten oder vorletzten Vorbesprechung dann ja darum gebeten, mich nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Wer denn jetzt von uns überhaupt auf der Bühne sitzt? Und habe dabei dann erst erfahren, dass ich derjenige bin, der auf der Bühne sitzt. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert. Ich habe es dann gerne gemacht, aber ich habe dann auch festgestellt, es ist dann doch ein Unterschied, ob man jetzt am Montagabend hier alleine in einem kleinen Zimmer vor einem Computer sitzt und ins Mikro spricht, was dann vielleicht auch ein paar tausend Leute hören, oder ob man halt am Donnerstagabend im SCSC sitzt und irgendwie die Gaststätte dann voll ist mit 200 Leuten. Ja, also es war sehr aufregend. Also ich kann dir versichern, du hast das sehr, sehr gut gemacht, so wie auch deine drei Mitstreiter auf der Bühne. Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Denn eigentlich sollte es sogar noch so Nachfragen aus dem Publikum geben. Da wäre dann der Dani von der Nachspielzeit und ich zuständig gewesen. Leider Gottes hatten wir das ein oder andere Tonproblem. Für alle, die die Nachspielzeit, Quatsch, die Viererkette jetzt nur als Podcast gehört haben, die werden sich wundern, warum steigen die da mitten im Gespräch ein. Und es fehlt mehr oder weniger so ein kleiner Teil. Das lag halt einfach daran, dass wir zu Beginn der Veranstaltung Tonprobleme hatten, die wir dann gelöst haben. Und da wollte ich dich eigentlich schon am Donnerstag drauf ansprechen. Ich hatte ja das Glück, dass ich so ein bisschen im Hintergrund ein bisschen mitwirken konnte und dann vielleicht an den Tonproblemen auch arbeiten durfte, wie auch immer man das jetzt sehen mag. Aber wie war denn das für dich, als du bemerkt hast, dass plötzlich die Mikrofone ständig ausgefallen sind und es sich zuspitzte und ihr dann eigentlich an der Reihe wart und man musste schon davon ausgehen, ja, es wird keinen Ton geben. Ja, ich habe mir schon überlegt, also, wir hatten dann festgestellt, diese Gesprächssituation in der Nähe der Bühne klappt nicht aufgrund der Funkmikrofone. Man musste sich ja irgendwie dann doch sehr, sehr nah irgendwie an dieser Funkstrecke befinden. Und ich hatte mir dann schon überlegt, wie bekommen wir das hin zu sechst, irgendwie möglichst nah an diesem Dings da zu stehen. Und ja, ich hatte dann schon so Notfallpläne entwickelt im Hinterkopf. Also, okay, dann dauert das Ganze vielleicht nur eine halbe Stunde, musst du eine Express-Version machen, weil man kann ja auch nicht so lange stehen und so weiter. Ja, aber es war schon zu Beginn der Veranstaltung dieser Ton, der so gar nicht funktionierte. Ja, war schon ein Super-GAU, ne? Und dann hat das gute alte Kabel geholfen, um zumindest mal ein Mikro verlässlich zu haben. Und dann hat es ja auch dann der Techniker geschafft, Gott sei Dank, also dann noch zwei Funkmikros irgendwie verlässlich zu etablieren. Und ja, dann war es, glaube ich, auch echt ganz okay und hat dann der Veranstaltung in ihrem grundsätzlichen Charakter keinen Abbruch getan. Ja, sehe ich auch so. Für mich war es wirklich ein bisschen einfacher, dass ich einfach versucht habe, eine Lösung zu finden und musste nicht nebenbei noch eine Veranstaltung moderieren. So ging es ja dann zum Beispiel dem Martin, der da mit sich halt auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen ist, aber das es trotzdem hervorragend gelöst hat. Ja, ich hatte dann irgendwann... Ja, mit Bravour, der hat dann komplett aufs Mikro verzichtet, einfach rein, in den Saal reingebrüllt und hat dann wirklich von vorne bis hinten beschallt. Und das war total großartig. Ich habe halt irgendwann mal den Techniker gefragt, hast du nicht noch ein Mikrofon mit einem Kabel oder so? Und dann meinte er, ja, da hatte ich eins. Und dann habe ich gesagt, das wäre doch erstmal eine Lösung. Und so konnten wir dann zumindest erstmal weitermachen. Und das ging auch einigermaßen, wobei ich mir natürlich schon gewünscht hätte, dass einfach auch so eine kleine Diskussion entsteht. Und das geht halt einfach nur, wenn alle Mikrofon haben und man die Mikrofone nicht weiterreichen muss und so. Ja, ihr hört es schon wieder, oder? Ich höre es, ich höre es. Ja, jetzt geht es nicht. Jetzt geht es hier um die viere Kette. Und da möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die vorbeigeschaut haben, weil mir ist schon klar, dass die jetzt nicht alle wegen uns da waren. Das hatte dann schon was mit den prominenten Gesprächspartnern zu tun. Aber trotzdem, das mal so live zu sehen, ihr hattet ja das Ganze schon im Sommer, dass ihr, so, kleinen Moment bitte. Du bringst die Katze raus und ich erwähne kurz, dass dann natürlich nicht nur Klaus Vogt und Christian Riedmüller zu Gast waren und das auch ganz prominent auf der Bühne, sondern es waren tatsächlich alle Personen vor Ort, die am 15.12. zur Wahl stehen werden. Da waren Werner Gass und Rainer Mutschler, die für das Amt im Präsidium des VfB e.V. kandidieren. Und es waren auch Hans Pfeiffer und Marc Schlecht vor Ort, die beide den freien Platz im Vereinsbeirat bekleiden wollen. Und ich finde, das hat die Veranstaltung auch zu etwas Besonderem gemacht, weil wirklich tatsächlich alle da waren, die man dann in zwei Wochen wählen kann. Und alle waren auch nach Veranstaltungsende für den Dialog bereit. Und viele haben die Gelegenheit auch genutzt, mit ihnen zu sprechen und konnten sich echt so einen persönlichen Eindruck von den Kandidaten machen. Und ja, das fand ich ganz großartig. Und das war auch so ein, ja, ein Merkmal dieser Viererkettenveranstaltung, das ich ganz toll fand. Ja, ich habe die Katze inzwischen Entsourcen begleitet. Genau. Wir reden später noch über ihre Orakelfähigkeiten, bitte. Oh, der Störenfried wurde entfernt. Der halbe Block ist wieder leer. Aber auch darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Gut, also ich wollte mich nochmal bedanken für alle, die vor Ort waren und wollte darauf, ja, einfach nochmal eingehen, dass es für mich natürlich zum ersten Mal so eine Live-Veranstaltung war. Ihr habt das Ganze ja im Sommer schon erlebt. Damals noch etwas kleiner beim Fan-Projekt in Stuttgart. Aber das war jetzt schon Wahnsinn, was da abging, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir schlotterten ein Stück weit die Knie. Noch ganz kurz zum Abschluss, als dann das Mikrofon-Problem gelöst war, spürte ich bei mir auch irgendwie so eine gewisse, ja, so eine Art Druckabfall. Also ich musste mich dann wirklich draußen hinsetzen und erstmal durchschnaufen. Weil das war schon sehr aufregend, was da passiert ist, weil ich sah diese Veranstaltung wirklich scheitern, als einfach gar nichts mehr ging. Und es wäre jetzt nicht das Allerschlimmste gewesen, was in unserem Leben jemals passiert wäre oder sowas in der Art. Aber es war halt einfach, man hat sich so drauf gefreut. Man hat auch viel Zeit und Arbeit in diese Veranstaltung gesteckt. Und man wollte halt einfach hier eine tolle Veranstaltung den Zuschauern bieten und natürlich auch dem Anlass gerecht werden. Und das drohte so ein bisschen zu scheitern, ohne dass man selber eigentlich so viel dafür konnte. Also das ist halt immer das, wenn du selber Fehler machst, dann sagst du, okay, hier habe ich Mist gebaut und Kacke. Aber in dem Fall war es halt einfach die Technik, die uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Im Nachhinein hat sich, glaube ich, herausgestellt, dass irgendwie ein defekter Verteiler oder irgendwas, hat mir der Techniker noch erzählt, der Grund für dieses Problem war. Und ja, gut, am Ende haben wir es einigermaßen hinbekommen. Ich denke mal, nächstes Jahr wird es noch besser funktionieren, wenn dann wieder eine Präsidentschaftswahl ansteht. Genau, aber es ist natürlich schon ein bisschen bitter, wenn du das ganze Ding halt irgendwie in deiner Freizeit und ehrenamtlich irgendwie versuchst zu wuppen, dass es dann letztendlich an dem einzigen Dienstleister scheitert, der für seine Leistung bezahlt wird. Aber das war schon schade. Also vielleicht kann er auch nichts dafür, aber alle sind da, alle geben ihr Bestes. Und zum Beispiel der Livestream, den es dann gab und der auch wirklich stabil war und gut funktionierte, auch der lief quasi ehrenamtlich. Ja, und der einzige Dienstleister, der Geld dafür bekommt, der liefert dann nicht so, wie er hofft. Also vielleicht auch ohne Schuld dran zu haben, wenn es ein Hardware-Defekt war. Aber ja, das ist schon ein bisschen schade. Wir versprechen vollständige Aufklärung, gar keine Frage. Und gucken, dass das nächstes Mal viel, viel besser wird. Eins muss ich dann doch noch ganz kurz von der Viererkette erzählen, bevor wir dann ein bisschen über Riedmüller und Vogt sprechen wollen. Und zwar, als ich draußen stand und wie gesagt so ein bisschen runtergekommen bin, kam auf einmal jemand, den ich einfach für sein Engagement für den VfB sehr, sehr schätze. Und zwar der Dani vom Kommando Cannstatt. Und ganz ehrlich, am liebsten hätte ich ihn begrüßt, aber ich traute mich nicht. Einfach, weil ich so große Ehrfurcht habe vor diesem Einsatz, den ja auch das Kommando eigentlich Woche für Woche bringt. Die ganzen Auswärtsfahrten, die Choreos und so. Ich habe es ja schon ein paar Mal hier erklärt. Für mich sind es nicht die Fußballspieler, sondern es sind wirklich solche fast normalen, oder ganz normalen Menschen, Journalisten oder sonst irgendwas, die ja bei mir dann einen höheren Stellenwert genießen. Und das war so ein Moment, da war ich auch so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Starstruck, das ist ja Quatsch, aber so, das hat jemanden, den quatsche ich nicht einfach dumm von der Seite an. Aber es war schön, dass er auch da war. Und ich glaube, er war nicht der Einzige vom Kommando Cannstatt. Also von daher, ja, habe ich mich sehr gefreut, dass auch aus dieser Szene Leute vor Ort waren. Das war auch eine kleine Ehre, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube überhaupt, das Publikum am Donnerstagabend bei der Viererkette war wirklich so bunt durchmischt, wie man sich das wünscht. Wir hatten, wie sagt man, Ehren- und Würdenträger des VfB Stuttgart, e.V. und der AG da. Wir hatten Ultras da, wir hatten normale Fans da. Also es war wirklich ein kompletter Querschnitt durch die Mitgliedschaft. Ja, und das hat die Veranstaltung recht ausgemacht. Also ich fand es, es war ein großartiger Abend. Also trotz der anfänglichen technischen Probleme bin ich am Abend doch relativ zufrieden nach Hause gefahren. Ja, und nochmal vielen Dank an das ganze SSC-Team. Vor allem Jack, der Wirt, der für immer wieder heitere Auflockerungen gesorgt hat. Also das war sehr unterhaltsam mit diesem Wirt. Kann ich nur empfehlen auch, sagen wir mal, für Spieltagsbesuche oder so. Aber dann möchte ich doch ganz kurz nochmal auf Klaus Vogt und Christian Riedmüller überleiten, die ich auch sehr angenehm empfunden habe. Also so ganz grob aus der Hüfte geschossen sind das für mich zwei Kandidaten, die im Prinzip diesen Verein als Präsidenten gut zu Gesicht stünden und einfach gute Kandidaten sind. Ja, haben sich sehr offen gegeben. Da gehört ja auch was dazu, dass man sich da hinsetzt mit vier Amateuren und dann das Ganze so ernst nimmt, wie die beiden das gemacht haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sind natürlich absolute Profis, hat man bei den Antworten bemerkt. Aber damit war zu rechnen. Aber im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden mit dem Auftritt von beiden Kandidaten. Ja, und auch da nochmal großer Dank. Eins möchte ich jetzt noch aufgreifen. Und zwar gab es im Nachhinein so ein Thema, das nochmal durch die Medien, möchte ich sagen, ging. Und zwar ging es da um Christian Riedmüller, der es, ja, wie drückt man es jetzt aus, in die Untiefen des Netzes geschafft hat. Und zwar hin zu Piet Gottschalk in seinen Fieberpitch. Ja, das ist irgendwie so. Ist das ein Block? Sebastian, hilf mir da mal aus der Bredouille. Ist das, was soll das eigentlich sein? Das ist nichts, was man kennen muss. Nichts, was man kennen muss. Auf jeden Fall hat... Ach, das ist eine News, eine Kolumne, aber ja. Nichtsdestotrotz hat er jetzt nach, ich weiß nicht, seit wann es diese Kolumne gibt, ja, mal über den VfB berichtet. Natürlich nicht wohlwollend, sondern es hat er natürlich auch wieder ein Stück weit eine Agenda. Es ging darum, dass Christian Riedmüller angeblich, also das ist jetzt alles mit Vorsicht zu genießen, denn soweit ich weiß, wurde das von keiner Seite irgendwie bestätigt, sondern Piet Gottschalk wirft das einfach mal so in den Ring, um es mal so zu sagen. Ja, also angeblich hat Christian Riedmüller vor dem VfB-Mitgliederausschuss, vor dem haben sie sich vorgestellt, also der Riedmüller und der Vogt, einen Satz fallen lassen, der als diskriminierend beziehungsweise rassistisch gewertet werden könnte. Und zwar sagte angeblich Christian Riedmüller, als ich bei Aldi begonnen habe, hatte das Unternehmen bei vielen den Ruf, dass dort nur Türken einkaufen. Also Christian Riedmüller war ja mal tätig bei Aldi und war da, glaube ich, auch in einer sehr hohen Position, oder? Hab ihr das richtig abgespeichert? Ja, ich hab's, glaube ich, auch so rausgelesen, ja. Ja, die genauen Daten kann man auch nochmal auf der VfB.de-Seite, also wo sich die Kandidaten vorstellen, nachlesen. Auf jeden Fall geht es um diese Aussage. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das diskriminierend ist. Ich glaube, dazu müsste ich Deutsch-Türke sein oder Türke. Aber für mich ist das jetzt erstmal keine rassistische Aussage von Christian Riedmüller. Also vielleicht sehe ich es auch falsch, aber für mich hört es sich halt so an, als ob Christian Riedmüller hier etwas beschreibt, ja, was früher irgendwie so angenommen wurde. Also ich kenne es auch noch, ich meine, da kann man ja offen drüber reden. Es war halt früher so, dass es wirklich so hieß, in den 90ern, in den 80ern, die Leute, die bei Aldi kaufen, das sind meistens, ja, Migranten, Türken, was auch immer. Und dass das natürlich absoluter Bullshit ist, sowas zu behaupten, ist ja klar. Aber für mich war das jetzt hier einfach eine Art Zitat, das Christian Riedmüller wiedergegeben hat. Sebastian, wie siehst du es? Also begebe ich mich da gerade auf sehr dünnes Eis, oder? Nee, also ich sehe es genauso, dass, also wenn es ein Zitat ist, und er hat gesagt, früher war man der Meinung, bei Aldi kaufen nur Türken ein, dann zitiert er etwas. Die Aussage an sich ist rassistisch, ja. Aber, also ich bin auch alt genug, oder, ja, leider so alt, um zu wissen, dass man halt, dass dieses Vorurteil halt irgendwie in den 80ern und 90ern halt einfach, das war halt einfach so, ne. Das hat man gesagt. Dass es scheiße war, gar keine Frage. Aber es war halt so. Und wenn er es zitiert, dann, ja, dann zitiert er eventuell eine rassistische Aussage, ähm, aber er tätigt die nicht. Also das sind halt echt Feinheiten. Ähm, und da müsste man wirklich den genauen Wortlaut wissen, was er gesagt hat. Äh, ja, und die Tatsache, dass es jetzt, ähm, ein Journalist als einziger aufgreift, der, glaube ich, noch nie was über den VfB geschrieben hat. Wirklich noch nie. Ähm, ja, das lässt mich dann echt so ein bisschen an dem Skandalkarakter dieser Aussage zweifeln. Oder ob es dann nicht vielleicht doch irgendwie, ähm, gesteuert ist. Also jetzt ohne irgendwelche Verschwörungstheorien, ähm, aufzustellen. Ähm, aber, ja, also dieses Stöckchen ist dann sogar mir ein bisschen zu, weiß ich gar nicht, hoch oder niedrig, um, ähm, drüber springen zu wollen. Also das lasse ich dann echt an mir vorbeifließen. Ähm, man kann durchaus, äh, feststellen, ähm, dass Christian Riedmüller in seiner Außendarstellung, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren, vielleicht nicht ganz so clever ist wie Klaus Vogt, ähm, aber diese, ähm, Rassismus-Aussage oder diesen Vorwurf der rassistischen Aussage, also den, ähm, ja, also dieses Würstchen schnapp ich mir nicht als irgendwie Journalist oder Blogger oder sonst was. Das ist mir echt zu dünn. Wobei man ja auch noch dazu sagen muss, Piet Gottschalk ist ja jetzt kein Investigativjournalist oder so, der, äh, dafür bekannt ist, ja, einfach sowas auszugraben, sondern ist es ja eher einer, der aus dem Boulevard kommt, ja. Und, äh, dann muss man natürlich auch noch fragen, wie kommt diese Aussage an Piet Gottschalk? Also das ist auch noch was, was ich überhaupt nicht so auf den ersten Blick, äh, nachvollziehen kann. Es muss ja jemand vom Mitgliederausschuss dann irgendwie nach außen getragen haben. Was dann auch nochmal interessant wäre, ja, wie sowas passieren kann. Sollte ja auch nicht so sein. Und Gottschalk ist ja auch jetzt kein VfB-Intimus, ne, wo man dann sagt irgendwie, ja, der hat in jedem Ausschuss seine Quellen sitzen, also, der hat echt noch nie was zum VfB gebracht und jetzt gräbt er dieses Ding aus, also, nee, sorry, da bin ich da echt raus. Und auch da können wir nochmal auf die Viererkette verweisen, da hört man ja ganz gut raus, dass Christian Riedmüller eigentlich, also, den würde ich jetzt nicht unbedingt mit Rassismus in Verbindung bringen, sage ich jetzt mal. Natürlich ist es eine gewisse, es ist eine andere Situation, so möchte ich es mal sagen, wenn man auf einer Bühne sitzt und dazu befragt wird, dass man sich da vielleicht anders äußert, ist auch klar, aber er wirkt jetzt auch im persönlichen Gespräch für mich, ja, weltoffen, möchte ich fast schon sagen und es deutet für mich nichts darauf hin, dass es irgendwie in diese Richtung geht bei Christian Riedmüller, wobei man das natürlich nie abschließend jetzt hier aufklären kann, aber, ja, wir wollten dieses Thema trotzdem mit aufgreifen, weil es halt gerade in den sozialen Medien in den letzten Tagen dann doch noch für Wirbel gesorgt hat. Christian Riedmüller hat sich auch im Kicker zu diesem Thema geäußert und meinte, ich habe mich in meinem Leben immer gegen Diskriminierung und Rassismus eingesetzt und möchte dies auch beim VfB tun und ich würde sagen, damit können wir dieses Thema dann auch zu Grabe tragen. Mich stören grundsätzlich sowieso andere Dinge, ja, bei Christian Riedmüller, um das jetzt schon mal vorweg zu greifen. Also, es sind bei mir so Kleinigkeiten, die man natürlich dann auch immer wieder hört, da muss man auch wieder vorsichtig sein, es ist vielleicht ähnlich wie der Fall jetzt mit Piet Gottschalk, ja, wo es dann heißt, der Riedmüller und der Port, die kennen sich, haben kein schlechtes Verhältnis. So, dann wird er, glaube ich, darauf angesprochen, kennt er Leute aus dem Aufsichtsrat, dann sagt er, er kennt keinen, dann muss man das erstmal so hinnehmen, beziehungsweise er hat die halt kennengelernt, ich glaube, beim Spiel gegen Karlsruhe und damit ist das erstmal so. Es gibt andere Leute, die behaupten das Gegenteil, angeblich würden sich Port und Riedmüller gut verstehen. Denn, auf was ich jetzt hinaus will, ist, allein, dass ich jetzt mir über sowas schon wieder Gedanken machen muss, stört mich eigentlich. Dafür kann natürlich Christian Riedmüller nichts, das sage ich gleich dazu, er kann dafür nichts, dass es so ist, aber gleichzeitig habe ich halt einfach keinen Bock, mit so einem Unwohlsein in eine Wahl zu gehen. Also, wenn ich dann auf der anderen Seite natürlich Klaus Vogt habe, der mit Sicherheit auch seine Schwachstellen hat, vielleicht können wir da auch noch nachher zwei, drei Sätze zu sagen, ja, aber trotzdem stört mich einfach so, dass sowas schon im Raum steht. Ja, dass Riedmüller und Port sich wohl kennen, aber Riedmüller sagt, er kennt ihn nicht. Das stößt bei mir auf Unbehagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob ich das zu hoch hänge. Nee, also ich habe, wenn wir beide Kandidaten auch persönlich kennenlernen dürfen und beide sind wirklich auch persönlich sehr nett und verbindlich und so weiter, aber tatsächlich habe ich auch, ja, mit beiden Kandidaten natürlich meine Probleme, sie zu wählen, aber das wäre ja auch komisch, wenn ich jetzt von einem Kandidaten irgendwie 100 Prozent überzeugt wäre. Natürlich gibt es bei beiden irgendwie so ein paar Punkte, wo man denkt, ah, das ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber ja, so ist es halt. Aber trotzdem glaube ich, dass wir zwei Kandidaten haben, die wir mit gutem Bewissen wählen können. Ja, aber ich lege mich da relativ fest, also bei mir ist es dann eher der Herr Vogt, das sage ich so offen raus. Wie gesagt, ich habe das gerade angesprochen, das Thema Port hat mich so ein bisschen gestört, was jetzt stimmt oder nicht, es sei mal dahingestellt, aber zum Beispiel bei der Viererkette ging es mir von Riedmüller-Seite aus zu sehr um das Thema Marketing. Also der Fokus lag dann schon oft auf dem Thema Marketing, ja, Stichwort Kunden, von denen er sprach, das fand ich nicht so ganz angemessen und ich fand auch, ja, immer wieder dieses mit den fehlenden Shops so hervorzuheben, das hat er ja jetzt nicht nur bei der Viererkette gemacht, sondern auch bei Interviews zuvor schon gesagt. Also ganz ehrlich, für mich ist es momentan überhaupt kein Problem. Also das sehe ich jetzt halt momentan nicht als großes Problem und wichtigen Punkt an, wo ein Präsident jetzt unbedingt irgendwas anstoßen muss, dass es irgendwie in der City einen Fanshop gibt. Das steht bei mir ganz, ganz, ganz weit hinten. Also da gibt es für mich acht Punkte oder zehn Punkte, die ich davor abarbeiten würde, bevor ich jetzt irgendwo noch mal einen Fanshop hinklatsche. Weil, also muss man ja auch mal ehrlich sein, die meisten Menschen werden auch Internet inzwischen haben und werden sich dann im, ja, VfB-Fanshop online ihren Mister zusammenklicken können und die brauchen jetzt nicht unbedingt noch fünf Fanshops in der Innenstadt. Also so sehe ich es halt. Also ich war ja, um mein Santi-Trikot zu holen, erst im sogenannten Fanshop am Bahnhof, also in der Innenstadt und der ist halt echt armselig. Und da musste ich ins Milaneo gehen, um da irgendwie zu gucken. Aber auch die konnten dort nicht Eigennamen beflocken. Also ich wollte ja keinen Eigennamen, aber mein Sohn konnte sich halt nicht seinen Eigennamen beflocken lassen. Also ich sehe diese Defizite, die Christian Riedmüller sieht auch. Ja, aber die würdest du doch dann eher von einem Vorstand Marketing erwarten, solche Aussagen, als von einem zukünftigen Präsidenten. Ja, absolut. Nein, du hast ja recht. Also das ist auch meine geringste Teuge, dass wir zu wenig Fanshops haben. Nee, also ich habe auch jetzt so über die Wochen bei beiden Kandidaten Dinge festgestellt, die ich mag und die ich nicht mag. Und ich habe sie auch am letzten Donnerstag feststellen können. Ja, also... Ich weiß, ich lehne mich da weit aus dem Fenster bei meinem Thema. Aber weil ich mir halt denke, als ich diesen Podcast hier begonnen habe, habe ich immer gedacht, ich sage das so, wie ich es denke. Und mir ist es dann egal, ob das jetzt jemandem passt oder nicht. Aber so habe ich es empfunden. Ja, du kriegst wieder böse Anrufe. Ja, das stimmt. Aber damit kann ich ganz gut leben. So, aber das Ding ist halt für mich, wenn ich dann auch so mitbekomme, wie zum Beispiel Osiander zum viertgrößten Buchhandelsunternehmen geworden ist. Ja, da gibt es ja auch hier wieder Gerüchte. Ja, man muss immer vorsichtig sein. Das sind keine Anschuldigungen von mir und auch nicht belegte Fakten. Ja, das ist das, was man so mitbekommt. Osiander hat wohl die große Idee gehabt, wir gehen einfach zu kleinen Buchhandlungen und sagen, entweder ihr schließt euch uns jetzt an oder wir klatschen, sag mal, in der Nähe oder weiß ich nicht. Ja, einfach, wir hauen eine eigene Fiale irgendwo hin und machen euch somit platt. Und das sind halt auch so Dinge, da habe ich keinen Bock drauf. Also, das deutet ja auch so darauf hin, wie man so ungefähr tickt. Ja, und das brauche ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, deswegen ist es auch der Herr Riedmüller, so nett er sein mag. Und wie gesagt, er war sehr, sehr höflich zu mir, sehr freundlich. Alles, was er gesagt hat, auf der Bühne finde ich in Ordnung. Aber das, was man so, ich sag mal, ja, hinter vorgehaltenen Hand so mitbekommt, ja, das mag ich nicht. Dazu kommt noch das fehlende Kabinett, wenn man das so nennen kann. Ja, also, die Aussage, da hast, glaube ich, du ihn darauf angesprochen, wen er mit in sein Kabinett holen möchte. Oder war es der Ron? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann sagt er, er möchte sich in Sachen Sportkompetenz, ja, durch Hitzesbergers Kontakte irgendwie so ein bisschen inspirieren lassen. Und möchte sich da das Wissen sozusagen aneignen. Da denke ich mir halt auch, nee, das geht nicht so. Da muss schon noch mal irgendwie jemand mit dabei sein. Und sollte es da Kandidaten geben, ja, die er da irgendwie bei der Hand hat oder so, dann finde ich, ist auch jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, wer das ist. Also diese Geheimniskrämerei, ja, wir haben da welche, aber die wollen jetzt noch nicht so in die Öffentlichkeit. Das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Und da bin ich auch eher bei Vogt, der sagt, also was auf, wenn du dich hier zur Wahl stellst, dann mach das öffentlich, ja, und nicht so, ja, wenn ich durchkomme und als Kandidat aufgestellt wird, dann machen wir es öffentlich. Beziehungsweise, wenn dann der Herr Riedmüller gewählt wird, dann springe ich sozusagen mit auf das Schiff und bin dann Teil des, ich weiß nicht, ob der Kabinettausdruck der richtige ist, aber du weißt, denke ich mal, was ich damit meine. Also auch das fehlt mir. Und noch ein weiterer Punkt, den bringe ich auch noch vor, ist das Übernehmen von Vogt-Ideen, was mir jetzt auch schon ein paar Mal aufgefallen ist. Ja, also wir erinnern uns, dunkelroter Tisch, beide Kandidaten werden vorgestellt. Herr Vogt spricht ganz klar von regionalen Investoren, also so eine Gruppe, die er da bilden möchte, um halt einfach die Power der Region zu bündeln. Und ja, Herr Riedmüller war da eigentlich beim dunkelroten Tisch sehr offen, was das Thema Investoren angeht. Natürlich möchte er keinen Investor à la Gazprom hier in Stuttgart, aber prinzipiell hört er sich das für mich so an, dass er eigentlich für alles offen ist, sofern das einfach einigermaßen mit den Werten des VfB verknüpfbar ist. Und plötzlich spricht er halt auch von regionalen Investoren. Und da gab es ja nicht nur dieses Thema, das er dann im Nachgang von Vogt übernommen hat. Und ich finde ja, also Klaus Vogt geht damit noch relativ gut um. Und er sagt immer, ich freue mich, dass auch du erkannt hast, dass die regionalen Investoren eine gute Idee sind. Das ist ja natürlich absoluter Profi, im Gegensatz zu mir. Aber das sind halt so die Dinge, die mir dann auffallen. Und das sind halt dann kleine Minuspunkte. Und wir haben es jetzt immer wieder gesagt, beide Kandidaten unterscheiden sich in den Aussagen nicht so sehr. Und dann kommen halt einfach diese Punkte, die ich hier aufführe und die für mich dann ein Totschlag-Argument sind. Und den letzten Punkt, den ich mache, das ist der kontroverseste Punkt. Und da kriege ich bestimmt auch auf die Fresse für, aber es ist mir auch egal. Auf Twitter gibt es einfach ein Twitter-Profil, das offensichtlich Hardcore-Fan von Christian Riedmüller ist. Und da gibt es jetzt halt immer mehr Leute, die sich nicht ganz sicher sind, ob das jetzt ein Hardcore-Fan von Christian Riedmüller ist oder ob es jemand aus dem Umfeld von Christian Riedmüller ist, der hier bewusst versucht, ich sage mal so ein bisschen auch in Richtung Klaus Vogt zu schießen beziehungsweise gleichzeitig Aussagen von Christian Riedmüller in ein gewisses Licht zu rücken, um es mal so auszudrücken. Den Account muss man jetzt ja auch gar nicht großartig placken, darum geht es gar nicht. Aber auf was ich eigentlich zu sprechen kommen will, natürlich sind das viele Dinge so hinter vorgehaltener Hand und man kann es nicht hundertprozentig belegen, aber ich kann jetzt einfach nicht wieder einen Kandidaten wählen, bei dem ich hoffen muss, dass all das, was ich momentan so höre, nicht stimmt. Darum geht es mir eigentlich. Und das ist natürlich vielleicht ziemlich blöd für Christian Riedmüller, dass er vielleicht gar nichts dafür kann, dass es diese Gerüchte gibt und die mögen auch gar nicht stimmen. Aber nach dem, was wir jetzt hier mit Dietrich erlebt haben, ist für mich Christian Riedmüller einfach ein zu großes Risiko. So, das sind halt meine zwei Cent und ja, jetzt Feuer frei. Ich wollte es halt einfach mal raushaben. Ich gebe dir ja da komplett recht. Und ich hatte ja dann, das darf ich ja vielleicht auch zitieren, also in einer internen WhatsApp, Telegram, whatever Gruppe geschrieben, dass die Außendarstellung von Christian Riedmüller mit irgendwelchen vermutlichen Zweite-Accounts und sonst was irgendwie, ja, ich hatte glaube ich törpelhaft geschrieben. Ja, das trifft eigentlich genau. Und wie gesagt, das ist das Ding, also er gibt sich nach außen irgendwie relativ unbeholfen, aber ich weiß nicht, ob ich ihm das wirklich zum Nachteil gereichen möchte, weil vielleicht finde ich es auch geil, weil, ganz ehrlich, am Donnerstag, ich saß mit auf der Bühne und jedes Mal, wenn zum Beispiel Klaus Vogt, Wolf-Dietrich Erhardt, den Vorsitzenden des Vereinsbeirats mit Wolfi angesprochen hat, ist innerlich in mir was zerbrochen. Also ich weiß genau, was du meinst. Also Klaus Vogt ist seit zwölf Jahren Mitgliederausschuss, der ist halt, der kennt die alle. Und wir hatten am Anfang der Präsidentschaftswahl gedacht, der Klaus Vogt, der hat null Chancen, der ist der unwahrscheinlichste Kandidat überhaupt. Den sortieren die sofort aus. Aber das ist halt nicht so. Also er kennt die alle, die mögen sich, die schätzen sich und das gefällt mir nicht. Also mir gefallen viele Sachen nicht. Mir gefällt die Außendarstellung von Christian Riedmüller nicht und mir gefällt nicht, dass Klaus Vogt irgendwie alle in der Mercedes-Straße kennt. Also es gibt genug Gründe, beide irgendwie nicht zu mögen. Es gibt aber auch wirklich viel, viel mehr Gründe, beide sehr zu mögen. Aber ja, also ich schmüchte echt schwer. Also ich bin nach wie vor komplett unentschieden, wen von beiden ich wählen soll. Und aktuell würde ich sagen, ich enthalte mich. Ja, und dass Christian Riedmüller richtig gute Sachen sagt und auch gute Ideen hat, das beweist auch nochmal so eine Art Fünf-Punkte- oder Kernpunkte-Plan, den er vorgestellt hat. Zum einen bezieht er sich auf fehlende Kontinuität. Das ist natürlich beim VfB das Stichwort schlechthin. Er sagt, es gab in den letzten Jahren zu viele Präsidenten, zu viele Sportdirektoren, zu viele Vorstände, zu viele Trainer und eigentlich auch zu viele Spieler. Das stimmt. Das ist natürlich jetzt, es liegt auch irgendwo auf der Hand. Die Frage ist halt, inwieweit ein, ich sag mal jetzt, Präsident auf das Tagesgeschäft einwirken kann. Also Sportdirektoren und Vorstände, da kann er mit Sicherheit schon noch ein bisschen drauf einwirken. Ich glaube beim Trainer und bei den Spielern, also wenn es nach mir geht, brauche ich danach gar nicht den Präsidenten da, dass er da involviert ist. Also ich finde, da sind dann noch andere Leute, gerade dann natürlich auch von der AG für zuständig. Wobei natürlich, ja, auch der Präsident Teil der AG ist, weil er ja schließlich dann der Aufsichtsrat-Vorsitzende ist. Ist schon klar. Ein weiteres Thema, das er da in seinem Kernpunkteplan vorgestellt hat, war, ja, welchen Anteil oder Punkt, den er da einfach aufbringt, welchen Anteil haben Aufsichtsrat und Vorstand an der aktuellen Situation? Das klingt natürlich so, dass man dann vielleicht auch im Aufsichtsrat, ähm, aufräumen ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass man da, äh, genau hinschauen möchte, wer jetzt, äh, ja, dem VfB zuträglich ist und, und, äh, ja, wie soll man sagen, also wer da halt vielleicht dann so langsam was sicher mal gehen dürfte, ja, ich weiß halt auch wieder da nicht so genau, ob das einfach so umsetzbar ist, mittelfristig. Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, es wird da wahrscheinlich, ähm, ja, schon feste Abmachungen geben, also du kannst nicht jetzt einfach kommen als Präsidenten und sagen, ich tausche die jetzt mal alle aus, also so wird es halt nicht gehen. Äh, und, äh, noch ein weiterer Punkt, Jugendarbeit und Nachwuchsförderung, auch das war natürlich ein wichtiger Punkt, ist ein wichtiger Punkt und, äh, da hat er auch, glaube ich, bei uns bei der Viererkette nochmal das Thema Kimmich und, äh, Gnabry und so aufgeworfen und auch hier bei der Vorstellung, bei der Pressevorstellung, ähm, meinte er dann, warum gelingt es uns nicht mehr so viele Talente wie früher hochzubringen und an den Vereinen, äh, an den Verein zu binden? Ist eine berechtigte Frage, wobei man natürlich auch hier wieder sagen muss, es hat sich einiges geändert im Vergleich zu den letzten 20 Jahren. Äh, zum einen gibt es natürlich mehr Vereine, die hier auch beim, oder in der Region wildern, zum anderen hat der VfB auch schlecht gearbeitet, in Sachen Jugendarbeit, das stimmt, ist auch absolut richtig so, es wurden Talente nicht erkannt beziehungsweise zu schnell abgegeben und, ähm, ja, also da ist mit Sicherheit auch was zu tun, aber auch da ist halt die Frage, ist das dann nicht eher, das, der Aufgabenbereich von Thomas Hitzesberger? ja, schon, oder? das ist jetzt nicht, äh, die, das Kerngeschäft des Präsidenten, ähm, dafür zu sorgen, dass irgendwie ganz große, ähm, Talente, äh, in Tuttgart bleiben und nicht irgendwo anders hinzuwandern, nee, also das, ja, sehe ich jetzt nicht irgendwie, ähm, als das, was ein zukünftiger VfB-Präsident irgendwie handeln muss. Und weil wir vorhin das Thema, äh, ja, Rassismus oder so angesprochen haben, ähm, Christian Riedmüller wurde auch auf das Thema Werte angesprochen, beziehungsweise hat das auch in seinen Mittelpunkt gestellt, wenn er dann, äh, Präsident werden würde und meinte, der Verein muss sich gesellschaftspolitisch äußern und er brachte ein Beispiel anhand der AfD und meinte, die Privatperson Christian Riedmüller sagt ganz klar, ich sehe die Partei extrem kritisch, der Präsident und der Verein sollten sich so nicht zu einzelnen Parteien äußern. Aber der VfB muss gesellschaftspolitisch sagen, wir sind zum Beispiel gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung. Wir treten für die Demokratie ein, damit nimmt man indirekt auch Stellung auf einzelne Parteien. Das wollte ich nämlich auch noch kurz aufgreifen, weil das auch Thema bei der Viererkette war, da wurde man ja, ähm, oder wurden die Kandidaten auch angesprochen auf diesen Vorfall als, äh, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, drei Jahre oder so, als, äh, jemand für Stadion aktuell mit einem FAC-AfD-T-Shirt abgelichtet wurde und, äh, dann das FAC-AfD in der Stadion-Aktuell-Ausgabe rausretuschiert wurde. Da wollten sich ja beide Kandidaten nicht so ganz festlegen, ob es das unter ihrer Regentschaft sozusagen dann, ähm, ja, auch geben könnte oder ob sie sowas durchgehen lassen würden. Da tue ich mir auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ich finde, in den aktuellen Zeiten musst du da klare Kante zeigen. Also da finde ich diese Aussage, man, man muss da, äh, ja, als Verein sich mehr oder weniger so ein bisschen zurückhalten und muss das verklausulieren, finde ich eigentlich falsch. Äh, ja, absolut. Also hätte er sich in dem Punkt einer der beiden klar positioniert, hätte er meine Stimme gehabt. Ja, also hätte jemand gesagt, wenn jemand da mit dem FAC-AfD-T-Shirt, ähm, bei der Stadion-Tour steht, dann wird er auch so abgedruckt, ähm, ich hätte ihn gewählt. Aber keiner von beiden hat es geschafft. Also sie haben echt so ein bisschen rumlaviert mit Bla, 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 Demokratie und, hm, hm, nicht politisch und so weiter. Ja, ähm, fand ich, äh, äh, ein bisschen schwach. Also, und ich gehe auch nicht so weit, ähm, wie dann der Präsident von Eintracht Frankfurt, der sagt, man muss irgendwie, oder, ja, Mitgliedern einer bestimmten Partei dann irgendwie untersagen oder verbieten, äh, Mitglied zu werden. Aber, ja, man muss sich da, äh, deutlich, ähm, klarer positionieren. Und in Zeiten, wo der VfB sich dann irgendwie nach ganz viel Druck aus den sozialen Medien dafür entschließt, ähm, für Babelsberg irgendwie was zu tun und dann die Spendenkasse irgendwie in der hintersten Ecke vom Fanshop platziert, ähm, das ist halt einfach zu wenig, ne? Also, da, da, ich persönlich fange damit nichts an. Und ich würde einen Präsidenten, der da sich, der da ein bisschen Kante zeigt, ähm, ähm, und ein bisschen einen Schritt nach vorne geht, sofort wählen. Aber das hat tatsächlich am Bundestag, ähm, keiner von beiden geschafft. Das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Auch noch eine interessante Aussage von Christian Rüttmüller aus Transparenz. folgt Glaubwürdigkeit. Auf Glaubwürdigkeit, auf Glaubwürdigkeit folgt Vertrauen und daraus folgt Ruhe. Es ist illusorisch, direkt Ruhe in den Verein zu bringen. Denn ohne Vertrauen geht das nicht. Ruhe heißt für mich, dass wir Diskussionen aus der Öffentlichkeit raushalten, aber wenn man diesen Verein neu aufstellen will, dann wird es zunächst mal intern eine gewisse Unruhe geben. Das ist jetzt wieder ein Punkt, der dürfte für dich auch ganz interessant sein, Sebastian, weil du ja auch gesagt hast, ja, Vogt ist ein guter Kandidat, Riedmüller ist aber vielleicht auch ein sehr guter Kandidat, weil er halt eben nicht, sagen wir mal, in diesem Klüngel schon drin steckt, sondern vielleicht auch mit Aussagen etwas bewirken könnte, was ein Klaus Vogt, weil er halt die Leute kennt, so nicht bewirken würde. Da habe ich dich von richtig verstanden. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Zwischen Gremien und Mitgliedern auf der einen Seite und Mannschaft und Fans auf der anderen Seite besteht eine große Distanz. Auch diese Erkenntnis ist uns nicht neu. und wird hier häufig thematisiert. Deswegen braucht man da jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Auch noch interessant, das Thema Investor, weil wir es ja vorhin auch schon ganz kurz thematisiert haben. Da meinte Christian Riedmüller jetzt, der Investor muss einen Mehrwert bringen, zu unseren Werten passen und von den Mitgliedern akzeptiert werden. In den letzten Wochen habe ich mich schlau gemacht und zu möglicherweise im Raum stehenden Unternehmen, Lagardère war das dann wohl, habe ich eine klare Meinung. Ich sehe das sehr kritisch, wenn andere Vereine prozessieren oder die Zusammenarbeit beenden, dann sollte uns das zu denken. Ja, es ist Lagardère. Ja, es muss der, aber auch das ist ja eine sehr interessante Aussage, weil er damit eigentlich das Thema Lagardère beendet. Wenn er gewählt wird, würde es unter seiner Regentschaft keinen Investor Lagardère geben. So würde ich ihn jetzt verstehen. Ja, würde ich genauso verstehen. Und auch unter Klaus Vogt wird es, glaube ich, keinen Lagardère geben, weil der hat ja im Gegensatz zu Christian Riedmüller dann schon konkrete Pläne. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber er sieht ja so eine Art Mittelstands- oder schwäbisches Mittelstandskonsortium, Syndikat, wie auch immer, Syndikat, das Schwabensyndikat. Ja, Schwabensyndikat, das klingt gut. Und ich hatte ja dann tatsächlich die Gelegenheit, das finde ich schon cool, ihn ja dann auf der Bühne live zu fragen, welchen Grund ein Investor überhaupt haben sollte, um in den VfB zu investieren. Weil ich persönlich jetzt als, ja auch, ökonomischer Laie sehe keinen Grund. Und er hat ja dann tatsächlich geantwortet, ja, weil die Unternehmen Fans vom VfB sind und gerne irgendwie mit dabei wären. Was ja dann im Umkehrschluss heißt, also es gibt wirtschaftlich überhaupt keine Gründe, um beim VfB einzusteigen. Und das war eine sehr ehrliche Aussage, muss man dann sagen. Ja, total. Also das fand ich gut und das hat ja echt das gezeigt, was wir alle schon vermuten, es gibt jetzt für irgendwelche Unternehmen, lokal, regional, global, eigentlich keinen Grund, beim VfB einzusteigen. Es sei denn, du willst halt irgendwie eine Loge oder halt irgendwie ein bisschen Reputation oder du bist halt irgendwie gnadenloser Fan von dem Klub. Ja, also ihr merkt es, es gibt immer noch was herauszufinden über beide Kandidaten, so möchte ich es mal ausdrücken. Also es gibt auch interessante Aussagen, die man dann vielleicht sich zweimal anschauen, anhören, wie auch immer, durchlesen muss, um sie dann richtig zu verstehen. Und wir werden natürlich nächste Woche auch nochmal dann auf den Präsidentschaftskampf, wenn man das so sagen kann, eingehen. Und Sebastian, ich gehe davon aus, dass du bei der Mitgliederversammlung bestückt bist mit deinem wunderbaren Aufnahmegerät und wir werden dann direkt nach der Mitgliederversammlung, nach der Wahl auch noch eine Aufnahme machen, oder? Ja, natürlich, ich nehme das mit. Ich hoffe, es wird mir in der Eingangsrottrolle nicht abgenommen, aber ich nehme das Aufnahmegerät mit und ich glaube, die Christiane hat jetzt schon Speisperlen auf der Stelle. Steckst einfach in deine Blockfahne. Genau. Zum Schluss noch zum Thema Präsidentschaftskandidaten. Ein Punkt, den ich noch interessant fand, und zwar Markus Reiners, der sich ja auch mal aufmachte, VfB-Präsident werden zu wollen, hat sich jetzt Klaus Vogt an den Hals geworfen, so drücke ich das jetzt mal unvornehmen aus. Ja, das darf man schon Er möchte als strategischer Ansprechpartner in Sachen Sportpolitik für den VfB fungieren, sowie als Bindeglied zur Landeshauptstadt Diener. Reiners sagt, für den VfB sollte die Stadt Stuttgart ein starker, natürlicher Partner sein. Also, ich habe ja dann gleich mal so ein bisschen nachgeforscht und versucht, irgendwas über den Herrn Reiners rauszufinden. Und was ich herausgefunden habe, reicht mir eigentlich schon, und zwar wird er als sehr konservativ beschrieben und er ist ein selbsternannter Experte für innerer Sicherheit. So, und dann kann man sich ja ungefähr so vorstellen, was er für Vorstellungen vielleicht hat, also innere Sicherheit ist ja immer dann auch so Thema Polizei und so weiter und so fort. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich Bock drauf habe, dass Markus Reiners dem Herrn Vogt irgendwelche Flöhe ins Ohr setzt. Also, von daher weiß ich nicht, ob ich dieses Announcement, wenn man so sagen kann, dass Reiners sich Klaus Vogt jetzt anbiedert, Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke, so gut finden soll. Aber gut, das ist auch wieder nur meine ganz private Meinung. Sebastian, du musst dich dazu gar nicht häußern. Nee, ich sag da, nee, nee, nee. Ist auch besser. Also, ich glaube, aber das zeigt ja auch, dass der Vereinsparat vermutlich einen ganz guten Job gemacht hat, indem er halt genau die zwei Kandidaten jetzt oder die zwei Bewerber als Kandidaten zugelassen hat und nicht andere. Also, es wird auf jeden Fall spannend, das kann ich versprechen. Unsere Probeabstimmung ging so 50-50 aus, also vielleicht mit leichter Tendenz hin zu Vogt, oder? Hast du es anders wahrgenommen? Ja, ich habe es von oben nur gesehen und zwar ein bisschen optisch ein bisschen schwierig, aber es war jetzt kein klares irgendwie 80-20 Votum, sondern es war, ja, 50-50 vielleicht 60-40, aber also, wenn die Abstimmung im SSC repräsentativ war, dann könnte es am 15.12. doch ein bisschen spannend werden. Ja, davon gehe ich auch fest aus, also, und meine Punkte, das möchte ich auch nochmal abschließend sagen, die ich vorhin aufgeführt habe, das sind meine persönlichen Punkte, die ich jetzt heranziehe, um eine Wahl zu treffen. Ihr müsst euch natürlich selber ein Bild machen, logischerweise. Möglichkeiten habt ihr genügend gehabt. Es gab den dunkelroten Tisch, es gab die Viererkette, es gab unzählige Interviews und es wird auch noch weitere Interviews geben, da bin ich mir sicher. Ja, und wir haben ja dann Gott sei Dank das Glück jetzt als Mitglieder, dass wir theoretisch, sollten wir falsch wählen, den Fehler, dann direkt im August, oder im Oktober, soll, glaube ich, die nächste Mitgliederversammlung dann 2020 stattfinden, ja, wieder korrigieren können. Aber ich bin mir sicher, da lege ich mich wirklich fest, dass beide ihr Bestes versuchen werden, um dem VfB, ja, zu helfen und vor allem dann natürlich die Gräben wieder ein Stück weit zu schließen zwischen den Mitgliedern und natürlich auch zwischen Verein und Mitgliedern, denn, ja, da sind ja auch, haben wir vorhin ja schon herausgearbeitet, dann doch die Gräben relativ tief geworden in der Regentschaft von Herrn Dietrich. Genau, und das muss man sich noch mal vor Augen halten, also, hätte es so eine Veranstaltung, wie am letzten Donnerstag, die wir mit beiden Kandidaten durchführen durften, gegeben mit Wolfgang Dietrich, ich glaube nicht und, ja, deswegen kann man nur festhalten, bei der letzten Wahl hatten wir einen Kandidaten, den man eigentlich nicht wählen konnte und bei der nächsten Wahl haben wir zwei Kandidaten, die man meiner Meinung nach getrost wählen kann und das ist natürlich jetzt für den ganzen Verein schon mal ein relativ großer Fortschritt. So, jetzt wollen wir zum Sportlichen kommen und blicken nach Sandhausen. Boah, kann man das nicht überspringen irgendwie? Ja, ich muss es einfach thematisieren, weil sonst explodiere ich wahrscheinlich innerlich. Du hast dir viele Notizen gemacht, ich habe es schon gesehen. Ja, 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 also, ich kann ja kurz dazu sagen, ich habe gestern natürlich das Spiel live geschaut und dann um 18 Uhr mit der Analyse begonnen und war um 22.30 Uhr im Bett. Also, ich habe das Spiel aber nur einmal geschaut, muss ich dazu sagen, es dauerte halt einfach viereinhalb Stunden, bis ich dann durch war. Keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht diese ganzen viereinhalb Stunden hier vorbeten, aber trotzdem, vielleicht steige ich mal damit ein, dass ich hier mal einen Fakt hervorbringe und zwar in der laufenden Saison lag der VfB sechs Mal zurück. Einmal konnte man das Ergebnis noch korrigieren, das war am 17.8. zu Hause gegen den, gegen St. Pauli. Ja, Sebastian, und du hast jetzt hier die Schwere auch, aber mir zu erklären, warum es einer Mannschaft, die qualitativ einfach wirklich fast jeder Mannschaft in der 2. Liga überlegen sein müsste, nicht gelingt, Rückstände, ja, einfach umzubiegen, zurückzukommen und selbst wenn man noch 90 oder manchmal auch nur 80 Minuten Zeit hat, ja, einfach, einfach einen Rückstand wieder aufzuholen. Warum schafft das der VfB nicht? Ich glaube, weil die Mannschaft genau das glaubt, was du gesagt hast, dass sie 16 anderen Mannschaften in der Liga komplett überlegen ist und deswegen glaubt diese Mannschaft auch, dass sie eigentlich gar nicht ersten Rückstand geraten kann und wenn dieser Fall dann doch eintritt, ist sie halt komplett hilflos. Dass sie in Rückstand gerät und oft in relativ kurzer Zeit, finde ich, ist auch eine Einstellungssache, ne, also, ja, das passiert zu oft, um Zufall zu sein. Du fährst nach Sandhausen und du gehst auf den Platz und ich habe das Gefühl, das VfB-Team denkt, ja, wir müssen halt nur den Ball in den eigenen Reihen halten und viel Ballbesitz haben und dann wird schon früher oder später das Tor für uns fallen und das ist halt viel zu oft nicht der Fall. Ja, ähm, was wollte ich sagen? Es ist Einstellungssache. Also, was mir auffällt, ist, dass der VfB irgendwie ein Problem damit hat, die, das klingt jetzt fast schon wieder so wie eine Plattatüte, die Härte der zweiten Liga anzunehmen. Also, du hast halt wirklich das Gefühl, die gehen da auf den Platz, wollen so ein bisschen rumkicken, ja, die können auch alle gut Fußball spielen und sobald du den Spielern also unseren Spielern mit etwas Härte entgegenkommst, haben die wirklich massive Probleme ihre, ja, Performance noch abzuliefern. Und für mich ist das sinnbildlich eine Aktion gewesen noch in der ersten Halbzeit, ich glaube sogar in den ersten zehn Minuten, als Mangala einfach mal so weggecheckt wird. Und wer Oral Mangala schon mal live vor sich gesehen hat, der weiß, dass das jetzt kein irgendwie schmächtiger Typ ist oder so, das ist schon eine Kante, aber in diesem Moment, in dieser Zweikampf-Situation fehlte ihm komplett die Körperspannung. In der zweiten Halbzeit gab es so was ähnliches auf der, also auf unserer linken Seite, Santiago Ascaciba gegen Dennis Diekmeier, ja, also da denkst du halt so, Santiago Ascaciba ist so die Kante schlechthin, den haut halt nichts um, der geht auch noch bei minus zwölf Grad mit der kurzen Hose trainieren, ja, da kommt der Diekmeier und checkt den halt so weg, stellt sich vor den hin und sagt, hey, was willst du Junge? so, da denk ich mir halt, was geht denn hier ab eigentlich? Also eigentlich müsste doch unsere Mannschaft in der Lage sein, einfach auch, ich sag mal so, von der Härte dagegen halten zu können und das fehlt mir so ein bisschen, also in allen Spielen, nicht nur jetzt in dem Spiel gegen Sandhausen, das hab ich auch davor schon feststellen müssen und das mach ich jetzt in diesem speziellen Spiel gegen Sandhausen zum Beispiel an den Tackles fest, ja, also der VfB tacklet halt viermal im gesamten Spiel und im Gegensatz dazu Sandhausen fünfzehnmal, der VfB gewinnt 25% seiner Tacklings, Sandhausen 60% seiner Tacklings und dann geht's gleich noch weiter, du kannst auf die Zweikampfquote gucken, auf die ich eigentlich nicht so gerne schaue, muss ich ganz ehrlich sagen, aber trotzdem sagt die ja auch ein bisschen was aus und da war's halt so, dass die Sandhäuser 52% ihrer Zweikämpfe gewinnen, Stuttgart auf der anderen Seite natürlich dann nur 48, aber für mich ist wirklich hier der ein Faktor, warum Stuttgart ein Problem hat, zurückzukommen, weil sie sich körperlich irgendwie nicht gegen diese Gegner durchsetzen können und da weiß ich nicht so richtig, wo das herkommt, warum braucht eine Mannschaft 75 Minuten, bis sie auf den Trichter kommen, dass sie jetzt einfach mal mit einer härteren Spielart dagegenhalten, weil dann hat's ja funktioniert, ab der 75. Minute ging das los, dass man endlich mal körperlich dagegen gehalten hat, auch mal einen weggecheckt hat, auch mal nachgesetzt hat und plötzlich wirkte der VfB einfach etwas gefährlicher, auch ein bisschen ruppiger und es entwickelte sich so ein richtiger Kampf, davor war's ja so, dass die Sandhäuser mehr oder weniger immer wie so ein Konterboxer auf den VfB gewartet hat und immer wieder einen Jab ausgeteilt hat und ab und zu mal wieder, weiß ich nicht, einen linken Haken gelandet hat, so und das ist genau das, was mich wahnsinnig macht, wenn ich da vom Fernseher sehe und sehe diese gemütliche, wie so ein Sonntagsausflug, kicken wir das Ding irgendwie runter, Hallenturnier in Ruid oder sowas in der Art, da kicken wir jetzt so ein bisschen mit rum, bloß nicht so richtig schmutzig machen und keine Brandblasen holen vom Hallenboden, so sieht das aus, über 90 Minuten und dann bin ich bei dem, was du eingangs gesagt hast, dass du da auch die Einstellung der Spieler einfach mal hinterfragst und dann sind wir bei dem Thema, liegt es an einzelnen Spielern, liegt es daran, dass uns auf dem Platz Spieler fehlen, die das erkennen und die Mannschaft dann mitreißen können und da liegt es schlicht und ergreifend am Trainer. Also an fehlenden Führungsspielern kann es ja nicht liegen, weil ich glaube, sowohl Holger Badstuber als auch Gonzalo Castro oder Mario Gomez haben ja mehr Bundesligaspiele absolviert, als die komplette Sandhäusener Mannschaft. Ja, aber woran liegt es? Also ich glaube schon, dass die Einstellung halt so ein Stück weit fehlt. Also du fährst nach Sandhausen und glaubst, über maximalen Ballbesitz kannst du es lösen, weil dann schon irgendwann die Tore fallen. Aber dass du halt dann vielleicht auch in der 45. Sekunde des Spiels maximal aufmerksam sein musst, damit du kein Gegentor frisst. Das ist irgendwie nicht so implementiert. Also ja, also nee, es liegt nicht am Trainer, aber es liegt irgendwie vielleicht auch am Trainer. Aber das ganze Mindset stimmt für mich da irgendwie nicht. Dann frage ich mal anders. Hattest du das Gefühl, lass uns mal sagen, nach dem 2-0 für Sandhausen, dass der VfB hier noch zurückkommen kann? Nein. Hattest du das Gefühl, dass man nach dem frühen 1-0 das Spiel noch drehen kann? Erste Empfindung, nein. Nach dem Nicht-Tor von Mario Gomez in der 10. Minute, jein. Okay, weil dann, also wenn du beides mal, mir ging es genauso. Also das 1-0 fällt und für mich war klar, okay, wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, ist es okay. Und nachdem das 2-0 gefallen ist, dachte ich mir so, okay, also ein Punkt wäre jetzt, also das wäre schon gefühlt. Ja, aber nach dem, genau, aber nach dem 2-0 für Sandhausen war der Auswärtssieg irgendwie durch. Das war durch, ja. Der passiert nicht mehr. Du schießt keine drei Tore in Sandhausen. Aber genau das Gefühl habe ich ja, das entwickelt sich ja über die Zeit. Also sprich, als wir, weiß ich nicht, gegen St. Pauli zurücklagen zum Beispiel, da war mir klar, das können wir nur umbiegen. Natürlich können wir es nur umbiegen. So, und mittlerweile ist es so, du kriegst ein Gegentor und weißt, das war's. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei den Spielern ähnlich ist. Natürlich. Ja, dann dicht machen. Ja, ist halt jetzt die Frage, wer löst diese Blockade bei den Spielern? Das ist ja eigentlich Traineraufgabe. Ja, natürlich ist es Traineraufgabe. Aber natürlich ist es noch viel mehr, ja, eine Sache der Ergebnisse. Du musst halt diese Aufgabe lösen. Wenn du halt in Sandhausen dann auf einmal 0-2-1 zurückliegst, dann musst du so ein Spiel auch mal 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, keine Ahnung, gewinnen. Also, wenn wir von uns behaupten, also ich behaupte das nicht, aber manche behaupten das, wir sind der FC Bayern der zweiten Liga und wie oft liegen die Bayern gefühlt hinten gegen Teams wie Augsburg, Paderborn, Mainz, Freiburg. Die liegen 0-1 hinten und spielen dann 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 und der VfB kriegt es halt regelmäßig nicht auf die Kette, Rückstände umzubiegen. Also, die letzten Spiele, in denen wir hinten gelegen haben, die haben wir nie drehen können. Und das ist echt so ein Thema. Also, warum haben wir diese Bayern-Mentalität in der zweiten Liga nicht, obwohl wir den Kader dafür hätten? Ja, wobei natürlich wir auch abgestiegen sind, sang- und klanglos. Klar, die meisten Spieler sind nicht mehr da, aber du hast schon das Gefühl, dass das irgendwie immer noch in den Klamotten hängt. Also, wenn jetzt vielleicht nicht bei den Spielern, dann aber im Umfeld, und das überträgt sich vielleicht auch ein Stück weit, also damit man natürlich jetzt nicht wieder das schwierige Umfeld, das viel zitierte, sondern ich meine einfach, jeder weiß, oder jeder bekommt eigentlich schon Muffensausen, wenn es mal nicht so richtig läuft, weil man weiß, was die Stunde geschlagen hat, wie die Mechanismen halt einfach so auseinandergreifen. Man spricht dann plötzlich über den Trainer, das ging ja nicht erst jetzt seit der Sandhausen-Niederlage schon so, sondern im Endeffekt kamen die ersten Diskussionen auf, spätestens als man in Hamburg 6 zu 2 verloren hat. Dann wurden die ersten Rufe schon laut danach, dass die Mannschaft nicht weiterentwickelt und so. Also kann ich mir vorstellen, dass sich das auch auf neue Spieler überträgt. Die Frage ist halt wirklich, wie löst du diese Blockade? Und wie gelingt es dir, dass die Mannschaft, ich finde, wach ist so ein scheiß Begriff, weil das kann ich echt nicht mehr hören. Ich glaube, Tim Walter hat heute gesagt, der Mannschaft fehlte die Wachheit oder so ein Scheiß. Da denke ich mir halt, ey, wann soll sie denn wach sein, wenn nicht in den ersten Sekunden eines Spiels? Ich meine, wenn ich in der letzten Minute so ein Gegentor bekomme, wie nach 45 Sekunden, sage ich, okay, die waren müde. Ja, dann verstehe ich das. Aber du gehst auf den Platz, das ganze Stadion streckt weiß-rot. Du hast ein Auswärtsspiel zu einem Heimspiel gemacht. Da steht eine komplette Wand und dann geht das los und du pennst dir da einen ab. Und was mich dann wiederum, das macht mich rasend. Ich halte mich zurück. Aber es macht mich rasend, wenn ich in der 15. Minute, ja, es war in der 14. Minute, da gibt es einen Eckball, ich korrigiere mich, es war doch in der 15. Minute, da gibt es einen Eckball und ich habe das Gefühl, dass es bei uns so eine Art Raum-Mann-Deckung gibt bei Eckbällen. Also, es werden Spieler in Mann-Deckung genommen, von Badstuber zum Beispiel oder auch von, ähm, Kämpf oder so, die, also der hat jetzt nicht gespielt, aber sonst war es halt so, dass die schon Leute gezielt decken, aber zum Beispiel so ein Mangala, der steht halt am Elfmeterpunkt und der steht da. Der macht nichts anderes, als da rumstehen. So, in seinem Rücken, in dem Fall jetzt in der 15. Minute, stehen Behrens und der Nauber, ja, das ist ein Abwehrspieler von Sandhausen. So, dann schleicht sich der Nauber mehr oder weniger so Richtung zweiten Pfosten, das interessiert dem Mangala nicht die Bohne. Stenzel auch nicht, der denkt sich, ach, da hinten zweiter Pfosten, was soll da schon passieren? Dann segelt der Ball über, äh, den kompletten 5-Meter-Raum, ähm, auf Naubers Birne, ja, das merkt aber immer noch keiner. Der Mangala steht immer noch an seinem Elfmeterpunkt, der Behrens läuft schon langsam ein Richtung 5-Meter-Raum, Mangala, pff, interessiert das nicht, der steht da immer noch und, äh, dann kommt es halt eben dazu, ähm, dass, dass, dass dann Nauber den Ball ablegen kann und es gibt diese erste Chance für, für Sandhausen oder nach dem 1-0 eine zweite Chance war es dann schon, aber es gibt halt diese Chance für Sandhausen, wo ich mir denke, okay, das passiert ja einmal. Beim zweiten Mal steht da jemand bei Nauber beziehungsweise, äh, Mangala ist so schlau und läuft mit, wenn sich Nauber von, vom Elfmeterpunkt Richtung zweiten Pfosten orientiert. Nein, nein, macht er nicht. Er macht es nicht. Er bleibt widerstehen und diesmal fällt das 2-0, weil genau die Situation, wie in der 15. Minute, original dieselbe Situation, siehst du wieder vor dem 2-0. Es gibt Ecke für Sandhausen, es gibt keine feste Zuordnung, Mangala muss eigentlich entweder Nauber oder Behrens decken, Halimi schlägt die Ecke, wieder lang, wieder auf den zweiten Pfosten, Nauber versucht irgendwie abzulegen, Stenzel, der könnte es theoretisch verhindern, timet aber seinen Kopfball schlecht und, äh, dann prallt Naubers Ball, weißt du, das ist ja noch nicht mal gut gemacht, das ist ja nicht, dass Nauber da ein Künstler am Ball wäre. Ja, nee, der kriegt den Ball an die Brust, weil er selber so blöd ist zum Köpfen und von der Brust fliegt der Ball vor Behrens Füße. Zwei Gegenspieler, die Mangala hätte decken können, also wenn er einen gedeckt hätte, dann wäre es zu der Situation einfach nicht gekommen. Aber Behrens kriegt den Ball für die Füße, spitze den in den 5-Meter-Raum, Boadou steht da, haut das Ding rein und dann ist auch noch mal ein Punkt, der mich wahnsinnig macht, Badstuber, Castro, Gomez, hätten alle Boadou am Schuss hindern können, aber alle drei stellen sich auf die Torlinie und sind überrascht, dass Boadou von niemandem am Torschuss gehindert wird. Also, da fehlt mir halt wirklich jegliches Verständnis und da kann Tim Walter 20 mal danach sagen, dass er bislang keine Probleme hatte nach Standardsituationen und dass man das gegen Karlsruhe supergeil verteidigt hat, das kann man alles sagen. Für mich sind solche, ja, solche Gegentore, also die kannst du einfach nicht fangen und da appelliere ich wirklich an jedem Spieler, an jeden Spieler, der das Trikot des VfB Stuttgart trägt, ob er hier nicht, also irgendwie vielleicht dann doch fehl am Platz ist. Also ich möchte jetzt hier nicht das ganz große Fass aufmachen und jeden Spieler hier an die Wand nageln oder so, aber das ist so dilettantisch verteidigt, ja, von Spielern, die den Anspruch haben, nächstes Jahr Bundesliga spielen zu wollen, also da frage ich mich halt wirklich, ob es eigentlich noch, ich muss mich schon wieder ein bisschen einkriegen, Sebastian, rette mich hier. Ja, 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 ich halte mich auch. Ja, also es ist für mich nicht ertragbar. Ich kann das einfach so finden. Die Frage ist ja wirklich, du kriegst hinten nach zwei Ecken zwei Gegentore und vorne hast du, wie viele Ecken waren es? 15? Der verrücktere Fakt ist, die Flanken 40 Mal in einem Spiel, das Spiel geht 90 Minuten, die Flanken im Endeffekt, jede zweite Minute Flanken liegen. Ja, ja, genau. Und wie viele Flanken kommen an von 40? Du hast hinten irgendwie zwei Ecken, zwei Gegentore und vorne hast du 15 Ecken und 40 Flanken und null Tore. Und elf kommen an. Elf von 40. Ja, und dann, dann darf man sich wirklich, also so polemisch das auch ist, dann darf man wirklich fragen, was trainieren die unter der Woche? Also, das ist echt die Frage. Ja, Walter sagte ja, ich glaube auch heute, was interessant ist, und zwar meinte er ja, letzte Woche haben wir das Thema Standards noch thematisiert, nochmal die Mannschaft sensibilisiert und dann bekommt man nach einer Minute ein Standardtor. Das geht nicht, das ist doch nicht normal, das macht mich richtig sauer, das macht mich stinkig. So, es geht nur um Wachheit und um Konsequenz. Standards kann jedes kleine Kind verteidigen. Ich muss sagen, diese Aussage von Tim Walter gefällt mir ja sogar. Ja, natürlich, ja. Aber es ist halt, es ist halt nicht nur das Thema Wachheit und natürlich ist, ist das Thema auch Konsequenz, ja, da gebe ich Tim Walter natürlich recht, aber es ist natürlich auch Effizienz ein Thema, das beim VfB angesprochen werden muss und Einstellung. Da bin ich inzwischen auch bei den Kritikern, die immer wieder sagen, die Mannschaft ist nicht so eingestellt, wie sie, oder die Mannschaft läuft nicht so auf, wie man das erwarten würde von einer Mannschaft, die jetzt unbedingt drei Punkte braucht in Sandhausen. Ja. Ja, und das haben wir ja schon thematisiert, in den Taggles und so weiter und so fort, merkt man übrigens auch in den Kopfballduellen. Wo gewinnen wir die meisten Kopfballduelle? In der Defensive. So, das deutet darauf hin, dass wir nach vorne, diese ganzen Flanken, die wir da einsetzen, davon haben wir überhaupt nichts, weil wir eigentlich gar nicht mit unseren Offensivspielern in die Situation kommen, Kopfbälle irgendwie aufs Tor zu bringen oder Ablagen für andere Spieler dann zu produzieren, Bälle abzulegen. Denn Endo gewinnt mal wieder die meisten Kopfballduelle bei uns, nämlich acht von 13. Philipps gewinnt sieben Kopfballduelle, aber alle in der Defensive. Und wo gewinnt Sandhausen ihre Kopfballduelle? In der Offensive. Kevin Behrens, neun gewonnene Kopfballduelle und Aziz Ouadouche gewinnt fünf Kopfballduelle. Da merkst du halt schon wieder, wo spielt sich da die, oder wo spielt die Musik? Nämlich eben, also, eher bei den Sandhäusern, also offensiv gesehen. Da kommt mir halt zu wenig dabei raus, wenn ich 40 Mal flanke. Und ich weiß, gegen Osnabrück haben wir darüber gesprochen, dass dem VfB nicht viel einfällt und dass es fehlen würde, dass man auch mal eine gute Flanke reinbringt oder so. Das war jetzt diesmal zwar natürlich deutlich besser, aber man hat natürlich viel häufiger geflankt. Aber ja, es fehlt halt so ein bisschen die Variation in den Angriffsbemühungen. Und was ich gegen Osnabrück schon bemerkt habe, dass die Spieler manchmal so ein Stück weit überfordert wirken mit dem, was sie jetzt machen müssen. Das wurde, fand ich jetzt in Sandhausen, noch deutlicher. Du hast Situationen, da muss ich jetzt hier mal durch meine Notizen kurz scrollen. Und zwar gab es da eine gute Chance oder eigentlich eine interessante Situation, so möchte ich es mal sagen. Genau, da hat González ziemlich viel Grün vor sich. Also González spielt im Mittelfeld Pacarada aus und hat dann endlich wirklich mal Platz. Das ist ja wirklich, kannst du ja an einer Hand abzählen, wie oft der VfB mal Platz nach vorne hat. So, und geht dann über den rechten Flügel, zieht Richtung Sechzehner. Gomes läuft Richtung Langen Pfosten, das ist an sich auch richtig. Förster trabt Richtung Elfmeterpunkt. Da fehlt mir auch schon die Dynamik, dieses, ich muss jetzt hier schnell an eine aussichtsreiche Position kommen, das fehlt mir komplett, das ist immer so ein bisschen behäbig. Noch geiler ist Mangala, der wirklich vom Mittelkreis joggt, ich hab's mir dreimal angucken müssen, aber er joggt gemütlich Richtung, auch wieder Strafraumzentrum. So, und Asuka Siber orientiert sich auch Richtung Zentrum und kein Spieler läuft González entgegen. Ich will damit nicht sagen, wenn ein Spieler González entgegenläuft, dann kann man den anspielen und dann entsteht irgendwie was und der VfB trifft, aber allein durch dieses Rausbewegen aus dem Strafraum zieht man ja auch wieder Abwehrspieler aus dem Strafraum raus. Und öffnet neue Räume. Das fehlt ja komplett. Die stellen sich dann da vorne auf, wenn sie mal angekommen sind, Herr Mangala, stellen sich dann vorne am 16-Meter-Raum auf und die Gegenspieler, die Abwehrspieler, die köpfen das halt einfach raus. Beziehungsweise, in dem Fall war es so, dass González versucht, durch zwei Sandhäuser hindurch auf Mangala zu passen. Das ist halt auch ein Pass, da kannst du einfach nur voll draufzimmern und Richtung Tribüne schlagen, den Ball. Das hat genauso viel Sinn und Verstand. Also du kannst ja nicht versuchen, durch zwei Gegenspieler hindurch zu passen. Und da frage ich mich halt, die Qualität haben doch die Spieler, da sind wir uns einig, oder? Also das sind ja keine schlechten Spieler, die wir haben. Ja, absolut. Gar keine Frage. So, also, dann muss es doch daran liegen, dass die offensichtlich nicht kapieren, was die in solchen Situationen machen müssen. Weil anders kann ich mir die Häufigkeit von schlecht ausgespielten Chancen nicht mehr erklären. Und dann bin ich wieder bei dem Thema, also da bin ich ja immer, ich habe ja schon ganz früh die Frage gestellt, verstehen die Spieler, was Tim Walter von ihnen verlangt? Oder kann Tim Walter das nicht so richtig vermitteln, was er von seinen Spielern eigentlich verlangt? Beides fällt natürlich auf den Trainer zurück. Ja, ich meine, man kann ja festhalten, dass wir aktuell definitiv ein Problem haben. Also sowohl in der Spielweise wie auch in der Einstellung. und ja, dann gibt es halt zwei Optionen. Entweder der aktuelle Trainer kann dieses Problem abstellen, ja, oder Variante zwei, der aktuelle Trainer kann dieses Problem nicht abstellen und ja, dann braucht man halt tatsächlich leider und zu schade es auch ist, einen neuen Trainer. Aber man hat echt gegen Sandhausen wieder gesehen, also so, wie der VfB da aufgetreten ist, das geht halt einfach nicht. Wie siehst du die Aussage von Sven Mislintat? Ich lese sie mal vor. Es gibt unterschiedliche Ansichten zum Spiel, was die Dominanz angeht. Wir können nicht immer nur davon reden, viel den Ball zu haben, sondern wir müssen auch die nötigen Ergebnisse erzielen. Da müssen wir ansetzen. Ja, Schott's feiert, oder? Also Richtung Tim Walter. Das ist deutlich, oder? Ja, total. Also das hat ja auch dann George Moisides heute im Kicker geschrieben. Also es gibt atmosphärische Unstimmigkeiten irgendwie zwischen sportlicher Führung und Trainerteam und klar, wir haben in jedem Spiel irgendwie 105 Prozent Ballbesitz, aber die Ergebnisse passen halt nicht. Und klar, wenn das Trainerteam sagt, ja, aber das passt alles, nee, passt halt nicht. Und ja, aber die Aussage von Missintat nach dem Spiel in Sandhausen ist deutlich. Also da knirscht es im Gebelg und auch die Verantwortlichen beim VfB sehen es dann tatsächlich mittlerweile ähnlich wie die Fans, dass das so nicht weitergehen kann. Ich habe mir das Spiel nicht viereinhalb Stunden angeguckt, um jetzt nicht doch noch ein paar Analysen rauszuhauen, denn was auch auffällig war, das war auch schon gegen Osnabrück auffällig, dass wir Probleme haben, die Halbräume ordentlich zu bespielen, sage ich jetzt mal. Das war gegen Karlsruhe etwas besser, wobei ich wirklich glaube, dass die Karlsruher uns da auch ein bisschen entgegengekommen sind in ihrer Spielweise. Das könnte übrigens auch gegen Nürnberg, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, uns in die Karten spielen, dass die auch nicht ganz so robust sind in ihrer Spielweise, gerade gegen den Ball, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber jetzt gegen Sandhausen hat man halt wieder gesehen, es fehlt irgendwie die Bewegung in den Halbräumen. Ja, Ascaciba und Mangala, die traben so ein bisschen Alibi-mäßig umher, damit meine ich noch nicht mal, dass sie zu wenig Kilometer machen, wobei für Santiago Ascaciba 9,28 Kilometer, fast schon. Lächerlich. Es ist also, lächerlich. Kann ich mich an 13 Kilometer an guten Tagen erinnern. Mangala kommt immerhin auf 11,3 Kilometer, aber es bedeutet ja nicht nur, weil ich viel laufe, dass ich auch immer richtig laufe. Ja. Irgendein schlauer Trainer hat mal gesagt, wer viel läuft, läuft viel falsch oder irgendwie so in der Art, ich habe es gleich wieder verworfen, weil es wahrscheinlich Quatsch war. Sei es drum. Aber was ich hinaus möchte, ist halt, es sah für mich so aus, als ob Tim Walter von seinen Außenverteidigern, Stenzel und Castro, gefordert hat, dass sie eher auf den Flügeln bleiben sollen, weil Stenzel gar nicht so häufig in die Mitte gezogen ist, wie wir das eigentlich noch gewohnt waren von ihm zu Beginn der Saison. Über Stenzel können wir vielleicht auch noch mal gleich zwei, drei Worte verlieren. Den hast du ja überhaupt nicht gut gesehen, zu Recht wahrscheinlich auch. Wie gesagt, sprechen wir gleich drüber. Fürster und González, finde ich, erkennen die Freiräume nicht, beziehungsweise erkennen die zu spät. Also die Sandhäuser haben viel zu viel Zeit, auftuende Freiräume gleich wieder zu schließen, bevor dann Förster und González ja entweder angespielt werden können oder dann, ja, weiß nicht, mit dem Ball am Fuß da ein paar Meter machen können. Also das alles gefällt mir überhaupt nicht, was da zwischen also in den Halbräumen so stattfindet. Das Flügelspiel, das gefällt mir alles nicht. Und wenn dir das, oder wenn das nicht so richtig funktioniert, ist es natürlich auch schwer, Tore zu erzielen beziehungsweise für den Gegner leicht dich zu verteidigen. Du kannst gerne dazu noch was sagen, aber mich interessiert natürlich auch deine Meinung zu Stenzel, den ich gerade angesprochen habe, der vielleicht sein schlechtestes Spiel jetzt in Stuttgart abgeliefert hat, ja, am vergangenen Sonntag. Ja, nicht vielleicht, sondern definitiv. Also Pascal Stenzel war zum ersten Mal Kapitän. Ich glaube, du hattest in der letzten Woche prognostiziert, dass der Kapitän sein wird. und ich hatte gesagt, ja, er ist vielleicht ein Stück weit überspielt und ja, jetzt kriegt er noch die Kapitänsbinde und ich fand sein Auftritt wirklich desaströs. Also, um das vorauszuschicken, ich finde, Pascal Stenzel macht in der Saison einen richtig, richtig, richtig guten Job. Er war am Anfang irgendwie echt omnipräsent. Ich glaube, im Spiel gegen Wien Wiesbaden hat er alleine mehr Pässe gespielt als die komplette gegnerische Mannschaft. Aber ja, man merkt halt auch, er war in der Vergangenheit nicht immer Stammspieler und er ist halt nicht gewohnt, irgendwie ein Spiel nach dem anderen zu machen und er wirkte halt so ein Stück weit überspielt, habe ich letzte Woche gesagt und ich fand es den Auftreten in Sandhausen von ihm unterirdisch. Also, er hat glaube ich keine einzige Situation richtig gut gelöst und ich gestehe ihm das zu, also, jeder darf mal ein schlechtes Spiel haben, aber es war halt so ein bisschen mit Ansage einfach. Er wurde zum ersten Mal ausgewechselt, bislang hat er ja alle Spiele, ich glaube sogar über die volle Distanz bestritten, jetzt ging es nach 58 Minuten raus, dennoch lesen sich seine Leistungsdaten gar nicht so schlecht, aber wir kommen gleich darauf zu sprechen, was du gesagt hast, weil das stimmt natürlich, er hat insgesamt drei Torschüsse abgegeben, eine Torschussvorlage, ist 7,3 Kilometer gelaufen, das ist auch sehr ordentlich für 58 Minuten, 70 Ballkontakte, 53 Pässe, 47 davon kamen an, also nur 6 Fehlpässe, jeden Zweikampf gewonnen, den er bestritten hat, hatte eine Klärung und zwei Balleroberungen, also wenn man das jetzt einfach nur so liest, dann würde man eigentlich denken, ja, gar nicht so schlecht, aber es gab zum Beispiel eine Situation vor der gelben Karte von Holger Badstuber, die beschreibt für mich das komplette Spiel von Stenzel, und zwar spielt er einfach dann, er spielt zwar einen Pass, Badstuber kommt auch ran, aber die Bälle sind sehr ungenau gespielt, und er zwingt praktisch seine Mitspieler immer noch dazu, dass sie einen Schritt zu viel machen müssen oder eine Bewegung mit einbauen müssen, um den Ball verarbeiten zu können und natürlich kann man dann sagen, der Stenzel hat einen Pass an den Mann gebracht, aber er hat natürlich seinen Mann da in arge Bedrängnis gebracht und ich schließe diese Situation in der 47. Minute kurz ab, weil daraus entstand dann die Situation, dass eben Badstuber der Ball leicht verspringt beziehungsweise er kann den nicht vernünftig verarbeiten und Boadouche schnappt sich die Kugel und Badstuber muss dann wirklich taktisch fallen, sonst wäre Boadouche durch gewesen und wahrscheinlich wäre dann das 3 zu 0 gefallen oder von mir aus eine große Chance entstanden, ist ja jetzt auch mal egal, aber der Ausgangspunkt war Pascal Stenzel und ich glaube, da bin ich absolut bei dir beziehungsweise ich glaube es nicht nur, sondern ich bin da absolut bei dir, dass Stenzel überspielt wirkt, einfach nicht mehr ganz so konzentriert ist und ja, vielleicht durch eben diese Unkonzentriertheiten, die durch Müdigkeit entstehen, ja dann diese Schlampigkeit aktuell an den Tag legt, weil genau das, genau das zeichnete ihn ja lange aus, diese also sehr klare Spielweise, fast jede Aktion hatte irgendwie Sinn und Verstand, also die Pässe waren immer wichtig, er hat immer wieder Räume öffnen können durch seine Bewegungen und so, das ist ja ein komplett anderer Spieler eigentlich, also wenn du den jetzt mit den ersten 5 Spielen vergleichst und ja, ich glaube, Pascal Stenzel hat glaube ich an ersten 10 Spieltagen keinen einzigen Fehlpass gespielt, gefühlt keinen, ja, überragend, also gefühlt keinen Fehlpass gespielt und es war überragend und jetzt, ja, wird halt irgendwie zunehmend zum Unsicherheitsfaktor und das Problem ist, du hast halt eigentlich auf seiner Position keine Alternative, es sei denn, du ziehst halt dann Gonzalo Castro von links nach rechts rüber, wie dann in Sardhausen geschehen. Oder Massimo, ist auch noch ein Thema. oder Massimo, genau. Der ja ausgebildet wird und das ist schön, dass ich selber Massimo jetzt noch anspreche, das geht jetzt auch nochmal gegen Tim Walter, das, weil ich, ich mache mir halt wirklich Gedanken, was ist da eigentlich los? So, dann hast du mir aufgefallen und dir wird es vielleicht auch aufgefallen sein, Tim Walter möchte seinen jungen Spielern immer wieder Chancen geben, sagt er ja auch, belohnen für gute Leistungen und so weiter und so fort, ja, dann schickt er den Massimo aufs Feld gegen Osnab, nee, gegen Kiel, ja, das war nicht perfekt, was er da gespielt hat, aber es war jetzt auch Untergangsabendlandes, so, seitdem spielt der Junge keine Minute mehr, ähnliches oder das gleiche geht für Klimowitz, in Aue wird er reingeworfen, spielt in der Halbzeit, wird ausgewechselt, Feierabend, keine Minute mehr, ich finde, das ist auch schön. Ja und das, obwohl er in der zweiten Mannschaft jetzt mittlerweile irgendwie da der, der, der Topscorer wird mittlerweile, ne? Was, gut, das ist Oberliga, das müssen wir immer dazu sagen, aber was er dann, aber er trifft, ne? Was er da in der zweiten Mannschaft abliefert, ist genial, acht Spiele, sieben Tore, drei Vorlagen, so, also, wenn du da in dieser Oberliga so wirbelst, du siehst zum Beispiel in Koulibaly gelingt das nicht, ja, das ist ja auch ein guter Spieler, würde ich jetzt mal so unterstellen, also, Klimowitz bringt schon eine Menge mit, so, aber ich finde es halt einfach auch schwierig, dann, wenn du die jungen Spieler, also so, 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 von Anfang an und wechselst ihn nach 45 Minuten aus oder nach 50 Minuten, das ist sowieso schon schwer für einen jungen Spieler, der dann runtergehen muss und eigentlich, sag ich mal, gefühlt hier, ja, als, ja, oder was heißt gefühlt, er geht halt als Erster runter und wird dann mehr oder weniger auch dafür verantwortlich gemacht, dass es halt nicht so läuft und dann bekommt er nie wieder die Möglichkeit zu beweisen, dass er sich irgendwie weiterentwickelt hat, also, da hätte ich mir, da bin ich ganz ehrlich, unter Walter auch irgendwie mehr erhofft, dass er diese jungen Spieler eher ranführen kann, weil er halt ein Jugendtrainer ist und genau das war auch eine Hoffnung, dass er mit diesen Jungs besser arbeiten kann, dass er ein Massimo so weit hinkriegt, dass der vielleicht eine ständige Alternative für eine Einwechslung ist, dass ein Klimowitz regelmäßiger zum Zug kommt, aber wie gesagt, beide bekommen ihre Chance in der Startelf, sind weg, komplett weg vom Fenster, Avuccia, auch so ein Thema, wenn ich einen Spieler habe, der sich so schwer tut, ja, der hat zweimal die Chance bekommen, dann wäre es vielleicht auch mal gut, wenn der trotzdem auf der Bank dabei ist, die Atmosphäre aufsaugen kann und dann vielleicht unter Umständen auch mal in einem Spiel wie gegen Karlsruhe eingewechselt werden kann, wenn es 3-0 steht, sag ich jetzt mal, er hat diese Situation, Kempf wird mit Rot vom Platz geschickt, du musst reagieren, stand zwar noch 2-0 zu dem Zeitpunkt, aber das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn er dann mal die Minuten ohne Druck bekommen würde, also das kann man vielleicht auch noch anführen, aber abschließend zu Stenzel, ich weiß nicht, willst du da noch was anfügen oder hast du da alles schon soweit gesagt? Ich glaube, ich habe alles gesagt, also ich hatte letzte Woche schon den Eindruck, dass er ein bisschen überspielt wird, wirkt und vielleicht mal eine Pause verdient hätte und Tim Walter sagt, nee, keine Pause, sondern irgendwie noch die Kapitänsbinde auf den Arm klatscht und ja, man hat das Ergebnis gesehen, ja, also ich bin gespannt, ob ihm das jetzt irgendwie auch den Stammplatz dann gekostet hat, das reden wir später noch kurz, aber ja, das war, also ich fand eine desaströse Leistung, weil er war, er hat viele Fehlpässe gespielt, er war in jedem Zeitpunkt er hat eben nicht diese Fehlpässe gespielt, das muss man, ich sage, er hat ja eben nicht diese Fehlpässe gespielt, sondern er war schlampig, ich habe ja gesehen, dass er Fehlpässe gespielt hat und da gab es irgendwie Kopfballduelle, die dann vielleicht von der Statistik nicht erfasst werden, aber da ist er einfach irgendwie mit einem komplett falschen Timing dran, also das war, es war einfach keine gute Performance von ihm. Genau, diese Schlampigkeit, das unterstelle ich ihm und jetzt bringe ich nochmal was anderes mit rein, da habe ich letzte Woche schon so ein bisschen Augenzwinkern drüber gesprochen mit dir, als er sich dieses Wortduell mit weitergeliefert hat an der Seitenlinie. Ja, da habe ich gesagt, darf man jetzt nicht so viel reininterpretieren, bleibe ich auch dabei, sage ich gleich dazu. Gegen Osnabrück haben wir gesehen, dass er so eine Abwinkgeste und so eine Wegschiebgeste weiter gegenüber gemacht hat. Jetzt war es auch wieder so, dass ich beobachtet habe, Walter hat ihn immer wieder angefordert, ich interpretiere es halt so, dass er agiler spielen soll, aggressiver spielen soll und Stenzel wirkte auf mich so, als ob er das komplett wegignoriert. Also wenn Tim Walter drei Meter neben dir steht und dich anbrüllt und du läufst halt einfach ohne Blickkontakt, ohne irgendeine Bewegung weiter, dann könnte es, natürlich absolute Spekulationen, aber dann könnte es natürlich auch sein, dass Stenzel einfach keinen Bock mehr hat auf dieses Rumgebrülle. Weiß ich nicht. Also irgendwas scheint ihn ja aktuell zu hemmen und im besten Fall ist es wirklich einfach so ein Leistungsloch, dass er sich vielleicht auch mal nehmen kann. Du hast es gesagt, er hat nicht so viel gespielt im letzten Jahr, aber jetzt möchte ich hier nochmal über was diskutieren. Kann es auch sein, dass da innerhalb der Mannschaft nicht mehr alle an den Erfolg glauben und vielleicht auch Tim Walter als Trainer infrage stellen? Also ich persönlich gehe da fest von aus, wenn du aus den letzten sieben Spielen fünf verlierst, dann hast du sicherlich keinen Bock mehr auf Arschbolzen und Schubräder übers, was, Schubkarre übers Feld und kurze Bäume und schlag mich tot. Und natürlich verliert Tim Walter durch Misserfolg sowohl uns Fans, aber viel schlimmer, er verliert halt auch die Mannschaft. Und wenn du, wie gesagt, aus sieben Spielen fünfmal als Verlierer rausgehst, dann könnte der Trainer erzählen, was er möchte, aber ob die Mannschaft das dann glaubt, also, ja, und das ist für mich dann auch schon so ein bisschen der Vorbote vom Anfang, vom Ende, ne, also du brauchst halt dringend Erfolge, weil sonst glaubt die Mannschaft ja nicht mehr, was der Trainer erzählt und die Fans glauben es auch nicht mehr. Ja, und wir sind echt gerade so wieder am Anfang von dem, was dann irgendwie wieder so ein Teufelskreis wird, mit so einer Abwärtsspirale und das nimmt dann kein gutes Ende und deswegen, ja, jetzt am nächsten Montag gegen Nürnberg sind sicherlich drei Punkte, ja, sehr, sehr hilfreich, um die Stimmung wieder so ein bisschen zu beruhigen. Auch bei Mangala haben wir ja vorhin schon angesprochen, dem fehlt eine ganze Menge. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anguckt, was ihnen eigentlich letzte Saison alles in Hamburg ausgezeichnet ist, hat, dann fragt man sich, ja, wo ist das alles hin? Ja, diese Dynamik fehlt komplett, die Zweikämpfe sind eher lasch, das Kopfballspiel muss sich eindeutig verbessern, zum Beispiel verlor er drei seiner, ich glaube insgesamt vier Kopfballduelle, ja, also er hat vier Kopfballduelle bestritten, drei hat er verloren, dann merkst du halt auch, er versucht zwar immer wieder offensiv irgendwie mit Dribblings was zu erreichen, das gelingt ihm dann und wann auch, in dem Fall waren drei Dribblings von vier Versuchen erfolgreich, damit kann er dann auch mal wieder einen Raumgewinn erzielen, aber weiß dann auch nicht so richtig, was er jetzt mit dem Ball anfangen soll, für mich sind auch für so einen zentralen Mittelfeldspieler 37 erfolgreiche Pässe zu wenig, selbst die 62 Ballaktionen, die er hatte, sind mir zu wenig eigentlich, auch hier die Frage, liegt jetzt nur daran, dass Mangala eine andere Position bei uns bekleidet, dass er nicht so richtig in Schwung kommt oder hast du auch das Gefühl, dass er einfach nicht vielleicht dieser Macher ist, für den wir ihn auch gehalten haben, wir haben uns ja schon gefreut, Mangala, das ist unser neuer Sechser, der wird da richtig was abbrennen und der wird bei uns jetzt den nächsten Schritt gehen und mit dem in die erste Liga, super Hurra und jetzt sieht man den und man hat das Gefühl, also wenn der jetzt gegangen wäre für acht Millionen oder so, ich weiß nicht, was da alles schon im Raum stand, wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Also ich glaube schon, dass Mangala jede Menge Potenzial hat, aber jetzt guckst du dir, unser Mittelfeld an, da spielen von außen dann Förster und González und dahinter halt Aska Sieber, Endo und Mangala und wie einer defensiver als der andere und ja, und da ist echt die Frage, braucht es das gegen Sandhausen oder muss man da vielleicht auch einfach ein bisschen mutiger auftreten und wenn man ein bisschen mutiger auftreten will, haben wir überhaupt die Spieler dafür? Ja, also ich, ich, ich finde Mangala jetzt auch wieder keinen schlechten Job gemacht, aber natürlich ist auch klar, er spielt halt nicht so gut wie, wie letzte Saison noch, noch für den HSV und dann ist auch wieder die Frage, liegt es an ihm oder liegt es am System oder liegt es am Trainer? Aber natürlich ist er bei weitem noch nicht so gut, wie er sein könnte, aber das gilt ja leider auch dann für mindestens neun weitere VfB-Spieler. Ja, das stimmt. Ich möchte die, ja? Nee, ich bin fertig. Ich möchte die Analyse auch langsam zum Ende bringen, gar keine Frage, wir halten uns jetzt schon viel zu lange mit dem Spiel auf. Ja, das war echt frustrierend. Es tut mir auch leid, aber wenn ich dann mich so lange damit beschäftige, dann möchte ich ja auch, also dann möchte ich auch erzählen, was ich alles sagen darf. Ja, natürlich, wenn du das Spiel nicht mal zuckst und den ganzen Sonntag, nein, 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 dann, dann, aber du hast keine, du hast keine Zonen eingeteilt, oder? Es war nicht nötig, weil der VfB sich eh wieder nur in den ungefährlichen Zonen getummelt hat, aber Mario Gomes hat sich dann doch mal erarbeitet, in gefährliche Zonen vorzustoßen, also stimmt es nicht ganz, was ich gerade gesagt habe und das Thema möchte man natürlich nochmal ganz, ganz kurz angreifen, und zwar das Thema Abseits, also es gab in der zehnten Minute das Abseits-Tor von Gomes, das war da ganz gut gemacht, glaube ich, von Aska Sieber, der Diekmeier unter Druck setzt, der den Ball dann nach vorne schlägt, Castro fängt das Ding ab, so schnell kann es dann gehen, Förster leitet weiter und Gomes schließt eigentlich wirklich ab wie in alten Zeiten, das war richtig gut gemacht von Mario Gomes und er stand dann ganz, ganz knapp im Abseits, so das war die erste Aktion, dann gab es die, das zweite Abseits-Tor, das aberkannt wurde, das war dann schon in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit, da war es so, dass am Mittelkreis Endo den verunglückten Ball von Gomes wirklich grandios mitnimmt, mit fast schon so einem Karate-Kick, leitet den Ball oder nimmt den Ball so mit, lässt Diekmeier ins Leere grätschen und spielt dabei Aska Sieber frei, also das muss ich dann gleich nochmal als Gif raushauen, weil ich es so geil fand und über Förster landet der Ball dann bei González, der versucht sich an einer Flanke von links, die wird abgeblockt, fällt dann vor Gomes runter und der denkt sich, Mensch, gute Chance, mal einen Fallrücks hier auszupacken und zimmert das Ding in die Maschen auf Abseits. Ja, das war schon spektakulär, ich hätte diesem Move Mario Gomes echt nicht mehr zugetraut, aber das war schon sehr, sehr geil. Ja, es gab ja auch schon Leute, die sich direkt Sorgen gemacht haben um die Gesundheit von Mario Gomes und gefragt haben. Ich habe sofort an seine Hüfte gedacht, also das war echt Wahnsinn, also der war cool. Das war ein geiles Tor und auch das dritte Abseits-Tor in der 71. Minute war nicht schlecht, Zosa, über den wir vielleicht auch noch zwei Minuten vorgehen können, spielt einen starken Pass auf Gomes, der verwandelt wirklich auch wieder hier wie in alten Zeiten und er steht wieder mal im Abseits. So, jetzt haben wir dreimal die Situation, dass Gomes laut Schildsrichter drei Zentimeter im Abseits war. Du hast vorhin, ich glaube, im Vorgespräch mal kurz gesagt, eigentlich, wenn du drei solche knappen Situationen hast, dann muss doch eigentlich auch mal eine für dich gewertet werden. So, und ich befürchte oder ich behaupte jetzt einfach mal, das wäre früher auch noch so gewesen, dass man eine Situation dann für den Angreifer gepfiffen hätte, einfach nur, weil man denkt, ja, das kann ja fast sein, dass man dreimal so knapp im Abseits ist, aber leider Gottes gibt es das halt nicht mehr mit dem VAR. Genau, wobei wir ja kurz zur Rechtfertigung, auch wenn es sonst irgendwie stinkt, das VAR einflechten müssen, dass zwei der Situationen tatsächlich auch vom Schiedsrichterassistenten abgepfiffen oder abgewunken wurden und nur dieser Fallrückzieher vom VAR dann irgendwie annulliert wurde, also auch früher hätten zwei der drei Tore nicht gegolten und ich glaube, der Fallrückzieher war noch so die klarste der Abseitsstellung, also so wie ich es gesehen habe jedenfalls. Ja, aber auf jeden Fall wahnsinnig ärgerlich, aber eins müssen wir dann nochmal kurz ansprechen, wir haben Gomez oft in Frage gestellt, jetzt kommt er mit so einem Spiel zurück und wir sind uns ja einig, wir reden hier wirklich von Hundertsteln wahrscheinlich, dann steht er nicht im Abseits, vielleicht auch, wenn man die Frames um einen Frame zurückdreht, dann steht er auch nicht im Abseits, je nachdem wie man das sehen möchte. Ich war schon überrascht, dass Gomez da einfach mal so ein Ding raushaut, auch wenn es nur gegen Sandhausen war, aber drei Torschüsse, 21 Ballaktionen, elf Pässe, acht erfolgreich, sieben Kopfballduelle gewonnen, ne, sieben Kopfballduelle bestritten, aber zwei gewonnen und viermal im Abseits. Das sind Mario Gomez Leistungsdaten. Ist es jetzt für dich ein Spieler, der erstmal wieder sich in die Mannschaft gespielt hat, auch wenn die Tore nicht gelten? Ja, also auf jeden Fall hat er gezeigt, dass es noch kann. Also gerade so dieses erste vermeintliche Tor, das war ja so ein klassisches Gommes-Ding. Also da kommt der Ball in die Tiefe und er schließt sofort ab und irgendwie aus nicht wirklich einer guten Position und trotzdem landet das Ding hinten im Eck und das sind ja echt genau die Dinger, die wir brauchen. und ja, und wenn man jetzt gesehen hat, du hast drei oder in diesem Fall habe ich es ja mal rausgenommen, aber du hast irgendwie zwei der Situationen, wo der Schnittstellenpass kommt, in die Tiefe und Gommes nimmt den an und kann den auch verwandeln. Genau das brauchen wir und das ist ja auch genau das, was wir von ihm erwarten. Ja und insofern hat für mich jetzt das Spiel in Sandhausen ist eher ein Argument pro Gommes als kontra Gommes, weil ja, er war halt genau da, wo er sein muss, er war dann vielleicht eine Fußspitze oder auch nicht so weit vorne, aber er hätte echt dann gezeigt, er ist nach wie vor abschlussstark, er kann es noch und ja, also jetzt, wenn du mich jetzt Fragen führtest, gegen Nürnberg, Gonzales oder Gommes wäre ich jetzt eher auf der Gommes Seite. Gut, dann nur noch einen Satz zu Sosa, der nach knapp zwei Monaten sein Comeback gegeben hat, gegen Willen Wiesbaden, musste er ja aufgrund einer Gehirnerschütterung und ja, auch Bewusstlosigkeit, muss man sagen, ausgewechselt werden. Jetzt ist er zurück, gleich zwei Torschussvorlagen, 17 Pässe gespielt, 42 Ballaktionen, keinen Zweikampf verloren, auch da wirklich mit einem guten Wert. Tja, also ich würde sagen, auf links, zumindest was die Offensive angeht, haben wir da durchaus mehr als eine Option zurückgewonnen. Ich gehe mal davon aus, dass Castro jetzt nicht mehr auf der linken Seite spielen wird, also Sosa hat da ein gutes Comeback gegeben, oder? Ja, klar, also wenn Bonner Sosa fit ist, ist er unser Linksverteidiger Nummer eins und ja, und rechts wird es dann jetzt nach der relativ desaströsen Vorstellung von Stenzel spannend gegen Nürnberg, ob nicht dann Gonzalo Castro tatsächlich als Rechtsverteidiger aufläuft. Also wir gehen aber davon aus, beziehungsweise sind uns sehr sicher, dass Tim Walter erstmal Trainer bleibt beim VfB auch, du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn der Kicker aktuell von Dissonanzen spricht, also das Originalzitat ist zwischen dem Trainer und seinem Trainerteam, dem Sportvorstand und dem Sportdirektor haben sich Dissonanzen aufgebaut. Das sind natürlich schon krasse Aussagen, finde ich. Ja, aber ich meine, man konnte es ja schon so ein bisschen raushören aus den Worten von Sven Missintat nach der Niederlage gegen Sandhausen, als es darum ging, dass man, wie wäre das, unterschiedliche Vorstellungen von Dominanz hat oder so. Er meinte, soll ich es nochmal sagen? Ja, bitte. Wenn du den Wortlaut hast. Ja, das Originalzitat ist, es gibt unterschiedliche Ansichten zum Spiel, was die Dominanz angeht. Wir können nicht nur immer davon reden, viel den Ball zu haben, sondern wir müssen auch die nötigen Ergebnisse erzielen. Genau, und das ist ja, also in meiner Wahrnehmung ein klarer Affront von Missintat gegen Walter, der immer sagt, ja, wir müssen uns nur belohnen. Nee, also wir müssen halt einfach mal ein paar Spiele gewinnen und nicht so auftreten, wie jetzt wieder in Sandhausen. Ja, also da ist schon irgendwie ein bisschen Zunder unter dem Dach, gar keine Frage. Ich finde auch Missintats Aussage zum Thema Wintertransfers interessant, weil die könnte man auch so deuten, dass Tim Walter das Optimale noch nicht so richtig aus dem Kader rausholt, weil da sagt er, ich sehe nicht, dass wir nachlegen müssen, also er bezieht sich jetzt sicher auf die Wintertransfers für Missintat, ich finde unseren Kader immer noch sehr, sehr breit und gut aufgestellt, wir können in vielen Bereichen auf extreme Verletzungen und Sperren reagieren, wir sind, was das angeht, zufrieden, wir müssen das einfach besser auf den Platz bringen, ich sehe nicht, dass wir nachlegen müssen. Okay. Das ist zwar eine Aussage, die kann man so tätigen, ja, wir haben ja so gesagt, wir bräuchten vielleicht schon noch gerade eine Offensive. Ja, Außenspieler auf jeden Fall, ja. Vielleicht ein Rechtsverteidiger, aber Missintat sagt halt klipp und klar, Alter, der Kader ist gut genug, wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn ein Spieler mal zehn Wochen ausfällt, wir müssen uns auch keine Sorgen machen, wenn wir, ja, Kämpf mit drei Wochen Sperre verlieren, wir haben die Qualität, aber man muss sich auf den Platz bringen und auch hier ist dann, ja. Schon ein Federhandschuh Richtung Tim Walter, der dann irgendwie aus dem Kader, der ja so großartig ist, dann mehr rausholen muss, gar keine Frage. Wie finden wir denn das jetzt, dass Sven Mislintat das, sag ich mal, so deutlich macht, dass selbst zwei Hobby-Podcaster das Ganze relativ schnell entschlüsseln können? Nee, also ich finde es okay, also du kannst ja als VfB Stuttgart jetzt nicht durch die fast komplette Hinrunde gehen mit einem Kader, der den, der einen Marktwert hat, der allen anderen, jetzt mal den HSV aufgenommen, ausgenommen, um ein Vielfaches übersteigt, ja, so auftreten und dann gegen Wien-Wiesbaden und gegen Kiel und Osnabrück und jetzt noch gegen Sandhausen verlieren, das geht halt nicht. Also irgendwas stimmt da nicht. Entweder ist der Kader falsch zusammengestellt, dann sagt man, hey, Herr Mislintat, das ist deine Sache oder er wird halt nicht richtig auf den Platz gebracht und dann ist halt Tim Walter schuld und das dann natürlich. Sven Mislintat sagt, dass es nicht seine Schuld ist, was ich dann auch eher glaube, ja, ist natürlich klar. Ja, aber irgendwie, klar, jetzt, wir haben fast die komplette Hinrunde absolviert und wir haben viel zu viele Niederlagen und dann noch Niederlagen gegen Teams, gegen die wir gewinnen müssten, weil die entscheidenden Spiele haben wir ja nicht verloren gegen die Mitaufstiegskandidaten. Wenn ich dir zu Beginn der Saison gesagt hätte, aus den ersten 18 Spielen holt der VfB 36 Punkte, hättest du dann gesagt, damit kann ich leben, also zwei im Schnitt? Ja. Das heißt, wenn Tim Walter jetzt die nächsten drei gewinnt, geh mal einfach mal davon aus, dann sagst du, okay, passt. Ja. Weil dann sind wir bei 35. Ja, dann ist es halt noch nicht ganz okay, aber also, wenn Tim Walter jetzt den Schlussspurt anzieht, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben aus den letzten sieben Partien fünf verloren. Wenn wir jetzt aus den nächsten drei gewinnen, dann bin ich komplett zufrieden, weil dann haben wir auch ein Turnaround geschafft. Aber aktuell ist es halt einfach so, die Tendenz zeigt ganz, ganz klar nach unten. Aber wenn wir jetzt bis zum Jahresende die nächsten drei Spiele gewinnen und das ist Nürnberg, Darmstadt, Hannover, echt alles keine einfachen Aufgaben, dann wäre ich zufrieden, ja. Darmstadt, glaube ich, zu Hause sogar noch unbesiegt. Also wir spielen ja auswärts montags in Darmstadt. Zwei Montagsspiele, ne? Ja, das wird schon auch eine harte Aufgabe, weil auswärts haben wir einfach unsere Probleme. Und auch Hannover wird nicht leicht mit dem neuen Trainer, der ja auch ein Meister der Defensive ist. Also der wird sich mit Sicherheit auch nicht aus der Deckung wagen, sondern wird sich denken, da mische ich mal schön Beton an und hoffe, dass ich dann irgendwie mal einen Konter zu Ende spielen kann oder einen Eckball bekomme. Jetzt hast du Nürnberg mit Jens Keller, oder? Ja, ja. Dann hast du Darmstadt immer irgendwie eklig und dann Hannover zu Hause. ja, also, nee, wenn wir jetzt die nächsten drei Spiele wirklich gewinnen, also aus den nächsten drei Spielen bis zum Jahresende neun Punkte holen, dann bin ich echt komplett ruhig und halte meine Klappe und sage, hey, wir machen so weiter. Aber es fällt mir echt schwer, dran zu glauben, dass wir jetzt neun Punkte bis zum Jahresende holen. Wie siehst du die Aussage von Thomas Hitzesberger, der ja eine DFB-USA-Reise für junge Führungskräfte aus dem deutschen Fußball abgesagt hat mit der Aussage, weil im Moment die Situation hier wichtiger ist als die Reise. Auch das kann man ja haben. Das ist mir ehrlicherweise komplett egal. Also, wenn er jetzt irgendwie in USA rumkaspern will für eine Woche, ja, da muss er sich vielleicht irgendwie rechtfertigen, weil dann andere Leute sagen, hey, aber der VfB, mhm, 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 ja, also, ich glaube, ob der VfB jetzt am nächsten Montag, also genau in einer Woche, gegen Nürnberg gewinnt oder nicht, ist nicht davon abhängig, ob Thomas Hitzberger jetzt in Cannstatt oder in Chicago ist. Also, weiß ich nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass er einfach keinen Bock hatte auf das Gelaber von Braco und von Bobic. Wer fährt mit? Salihamidzic, Feli Bobic und Sebastian Kehl. Mit dem, hat er sich, glaube ich, noch gut verstanden. Aber da haben wir auch gefragt, warum organisiert denn der DFB jetzt eine Reise für die vier Typen? Tja, du, da habe ich keine Antwort drauf. Ich auch nicht, aber ich fand es auch irgendwie wieder komisch. Ja, also man hätte sich dann, glaube ich, bei Facebook mit irgendwelchen Leuten getroffen und mit, ich meine, mit NFL-Teams hätte man auch noch Termine gehabt oder so. Ja, ich glaube, das ist momentan echt nicht so das Wichtigste, was wir machen müssen hier beim VfB. Ich glaube, wir haben schon ein paar Baustellen jetzt gerade in Stuttgart und jetzt die nächsten drei Spiele bis zum Jahresende sind echt nicht nur sportig, sondern auch so stimmungsmäßig wirklich maßgeblich. Also wie es jetzt weitergeht und wie so der Trend in dieser Zweitliga-Saison ist und ja, da ist es dann, aber dann natürlich schon ein gutes Zeichen, dass dann Thomas Hitzberger sagt, hey, komm, ich bleibe hier und vernichte mit Braco und Fredi und Basti irgendwie auf Klassenfahrt. Das ist schon gut. Gut, dann möchte ich das Thema Sandhausen jetzt hier mit schließen. Sebastian, du hast es geschafft. Ich könnte zwar jetzt nicht alle meine Analysen hier vorbringen, aber ich merke schon selbst, es reicht ja mal irgendwann. Nein, ich weiß nicht, aber wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon. Also, das ist jetzt ein schwieriger Vergleich, aber der FC Bayern tritt halt häufig irgendwo an und liegt dann relativ schnell zurück und man weiß genau, die verlieren das nicht. Die spielen das zumindestens 1-1, vermutlich gewinnen sie 2-1, vielleicht auch 3-1, aber wahrscheinlich gewinnen sie 4-1 oder 5-1 und dann tritt der VfB als vielleicht nicht selbst designierte, aber irgendwie dann doch schon FC Bayern in der 2. Liga 1 Sandhausen an und liegt nach 45 Sekunden 0-1 zurück. Und eigentlich sollte man denken, okay, dann gewinnen sie das 2-1 oder 3-1 oder vielleicht auch nur, spielen sie auch nur 1-1, aber wir als VfB-Fans wissen genau, hey, wahrscheinlich verlieren die das einfach und dieses Selbstverständnis, das muss ja irgendwie raus, aber irgendwie schafft das Team ja nicht, uns Fans zu überzeugen, dass sie nach so einer frühen Niederlage irgendwie zurückkommen und das Ding drehen, weil, und das ist ja auch statistisch belegt, sie schaffen es halt einfach nicht und da ist ja die Frage, warum schaffen sie es nicht, ne? Jetzt muss man in Sandhausen dann wirklich 90 Minuten warten, bis der VfB auch nur ein einziges Tor schießt und das auch noch zwischen Elfmetern, also ja, ich bin da echt ein bisschen desillusioniert. Ich glaube, dass sich diese Überzeugung aber auch entwickeln muss, also du hast natürlich bei Bayern nicht das Problem, dass du 19 neue Spieler integrieren musst, einen neuen Trainer, eine neue Spielweise, neue Liga, das darf man natürlich auch nicht vergessen, das spielt schon auch da mit rein und ich kann mir vorstellen, dass wir, weiß ich nicht, nach den ersten 5, 6 Spielen, die ja super liefen für uns, dass wir dann so ein Spiel auch noch gedreht hätten. Jetzt bist du halt in dieser Spirale drin, wo der Kopf jedes Mal einsetzt nach einem Gegentor und ich erinnere mich, letzte Saison gab es auch mal so eine Phase, da hat Bayern regelmäßig zu Hause noch einen Unentschieden gegen relativ leichte Gegner kassiert, gegen Augsburg, gegen Düsseldorf, ich glaube auch gegen Freiburg, da fragst du dich auch, wie kann das denn passieren, so eine erfahrene Mannschaft, Hummels hinten drin und ich glaube damals hat er noch Boateng gespielt, also das ist, es ist halt manchmal wirklich einfach dann auch eine Kopfsache und dann ist vielleicht auch nochmal, um auf Tim weiterzukommen, die Frage, wie gehst du damit um, lebst du dann weiterhin dieses Selbstverständnis vor auf Pressekonferenzen, wir sind die Mannschaft, die Ballbesitz hat und das Spiel durchdrückt oder machst du es dann wie Tim weiter jetzt am Montag, haust auch mal dazwischen und sagst, Leute, das können Kinder besser verteidigen wie ihr, jetzt reicht es mal, also ich glaube, da muss man, oder das ist ein Balanceakt und da bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft jetzt diese Aussage aufnimmt, weil das ist ja das erste Mal, dass Tim weiter die Mannschaft öffentlich kritisiert und das ist schon sehr harsch, muss man sagen, aber auch zurecht, finde ich. Ja, total, ja. Gut, dann kommen wir jetzt auf den ersten FC Nürnberg zu sprechen, der uns nächste Woche Montag im Neckarstadion besuchen wird, bevor ich jetzt wieder die ganze Zeit irgendwas erzähle, Sebastian, frage ich erst mal, was du mir über Nürnberg erzählen kannst. Die haben einen neuen Trainer. Ja. Ja. Das ist ein alter Bekannter, Jens Keller und wir spielen am Montagabend und ich glaube, es wird halt beschissen kalt im Stadion und eigentlich habe ich jetzt schon keinen Bock hinzugehen. Also Montagabend ist echt problematisch, das haben wir ja schon mal rausgearbeitet, zum einen, weil wir da eigentlich aufnehmen und zum anderen, weil halt dann wirklich immer so, es wird halt wahnsinnig spät und du hast ja recht, es ist kalt. Jetzt hoffen wir halt, dass das Spiel wenigstens gut wird und du hast auch schon... Und auch da glaube ich nicht dran. Also es wird, aber vielleicht kann ich dir ein bisschen Mut machen und auch den Hörern da draußen, weil ich habe ein paar Sachen rausgefunden, die mich persönlich optimistisch stimmen, sage ich schon mal vorweg. Also zunächst mal, Jens Keller, hast du ja gesagt, ist neuer Trainer seit 12.11. Davor wurde Damir Kanadi entlassen von Robert Palchuka, ich glaube, so wird er ausgesprochen, der mir übrigens äußerst suspekt ist. Hast du mal die Interviews von dem gesehen? Nein. Also der wirkt auf mich immer wie so ein ganz zwielichtiger Autohändler oder sowas. Ein ganz komischer Typ, der wurde ja auch bei Düsseldorf geschasst, nachdem er versucht hat, Friedhelm Funkel rauszuekeln und da schon Damir Kanadi zu installieren. Jetzt ist ihm das in Nürnberg gelungen und ja, es lief nicht so richtig, es läuft überhaupt gar nicht für Nürnberg, muss man mal sagen. Aus den letzten 12, 12 Spielen konnte Nürnberg nur einmal gewinnen oder ja, die letzten 12 Spiele, 5 Niederlagen, 6 Unentschieden, wie gesagt, ein Sieg gegen Hannover, 4 zu 0. Also mit Absteiger, ich sag's nur. Ja, gibt ja noch eine Meinung. Ja, ja. Also beste, beste Voraussetzung, um in Stuttgart was zu reißen eigentlich. Ja, aktuell, das ist die Reaktion gerade, die war so, so VfB-Fanlike gerade von dir. Es ist so. Du wusstest sofort, was jetzt kommt. Jens Keller seit 12 Spielen nur einen Sieg oder in 12 Spielen nur einen Sieg und jetzt geht's zum VfB. Ja, sie sind aktuell auch 16. Also auf dem Relegationsplatz, 15 Punkte aus 15 Spielen, also da sieht's wirklich richtig, richtig kacke aus in Nürnberg und ja, jetzt, wie gesagt, geht's nach Stuttgart. Ich fang erstmal damit an, ja, was uns vielleicht ein bisschen Sorgen machen sollte, bevor ich dann versuche, etwas Hoffnung zu verbreiten. Zum einen hat natürlich Nürnberg das Glück, einen Johannes Geis in guter Form in ihren Reihen zu haben und der schießt halt grandiose Standards, richtig gute Freistöße und kommt deshalb auch schon auf 5 Tore und 4 Vorlagen. Das sieht also sehr, sehr gut aus und jetzt kommen wir eigentlich schon zu den Dingen, die nicht ganz so gut funktionieren bei Nürnberg. Sie erarbeiten sich grundsätzlich gute Chancen, nutzen die aber nicht. Also, das ist ja gar nicht so schlecht. Groß geht gut, ja. Ja, sie kreieren dann schon Großchancen, aber es fehlt dann bei der Vollendung, möchte ich mal so sagen, ihnen passieren sehr viele individuelle Fehler, da können wir dann natürlich auch von Lied singen, aber bei Nürnberg sind es dann wirklich auch fast noch depperische Fehler, depperische Fehler, ne, also noch idiotischere Fehler, sagt man so. Außerdem sind sie anfällig über die Flügel, das haben sie mit dem KSC gemeinsam, vielleicht könnte da dann dieses System, das Walter ja jetzt auch in Sandhausen probiert hat, eher greifen, da können wir nachher nochmal in Sachen Aufstellung drüber sprechen, wie man da am besten ja über die Flügel dann für Gefahr sorgen könnte und das können wir uns auch im Hinterkopf behalten für die Startaufstellung, sie haben Probleme gegen technisch starke Spieler, gute Dribbler und so, da sind sie auch irgendwie ein bisschen behäbig, also die sind allgemein im Zweikampfverhalten, ich möchte mal sagen, eher, ja, also es ist, ich kann es am besten aus, also sie verteidigen eher körperlos, so möchte ich es mal sagen, also das sieht alles nicht immer so gut aus und deswegen, wenn da jemand mit Schwung und Dynamik kommt und vielleicht auch mal ein Dribbling gut durchzieht, das mögen die Nürnberger nicht so sehr, also da sieht es wirklich nicht so gut aus, finde ich, da kann man einiges machen. Auf was müssen wir uns einstellen, die werden wahrscheinlich häufig versuchen, über die Mitte zu spielen, auch über die rechte Seite, da ist dann Hack zu nennen, der glaube ich aus Hoffenheim im Sommer kam, eigentlich auch ein guter Spieler, Robin Hack, hat auch schon drei Tore geschossen, eine Vorlage, also der ist nicht ganz schlecht, das heißt, er würde dann auf Sosa, beziehungsweise wenn Aska Siba wieder da links draußen spielt, Aska Siba, ja, das wäre dann sein Gegenspieler, vielleicht auch Förster, da müssen wir, wie gesagt, nachher bei der Aufstellung nochmal drüber sprechen, aber das klingt zumindest schon mal nach einem interessanten Duell, Hack gegen Sosa, weil Sosa wird sich offensiv orientieren, wenn er spielt und Hack ist dann halt auch jemand, der Dampf machen kann über seine Seite und das könnte so ein kleines Schlüsselduell werden, möchte ich mal sagen. Geis und Behrens im Zentrum sind auch wiederum zwei Spieler, da müssen wir enorm aufpassen, auch Hanno Behrens schon mit drei Toren und einer Vorlage und der wechselt sich im Endeffekt mit dem Tore schießen mit Geis ab, also das Mittelfeld ist für mich das, was es, das müssen wir unter Kontrolle haben, ansonsten wird es schwierig gegen Nürnberg, weil da haben sie halt einfach die Jungs, die dann aus der Distanz abschließen können und wie gesagt, auch die ein oder andere Standardsituation zum Happy End bringen könnten. Tja, ansonsten habe ich auch nicht viel zum 1. FC Nürnberg zu erzählen. Defensiv, das kann man vielleicht noch sagen, versuchen sie den Gegner oft ins Abseits zu stellen. Ich sage es nur, es sollte Mario kommen ins Spiel. Also das fällt mir auf, dass Nürnberg die Abseitsfalle häufig auspackt, deswegen natürlich auch häufiger Gegner ins Abseits stellt, aber es gelingt auch manchmal nicht, also sie haben ja schon genügend Gegentore bekommen, also es ist jetzt nicht so, dass das jedes Mal funktioniert. Aus meiner Sicht muss man keine Angst haben vor den Nürnbergern. Man muss halt aufpassen bei Standards, das ist das Thema schlechthin, Distanzschüsse vermeiden, den Michael Frey muss man so ein bisschen in den Griff bekommen, der wurde von Fenerbahce ausgeliehen, hat zwar erst zweimal getroffen, aber es ist so eine Kopfballkante da vorne drin, also das ist einfach ein unangenehmer Spieler, sehr giftig, steckt nie zurück, ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter Spieler, muss man sagen, aber er hat jetzt nicht unbedingt das Tore schießen für sich entdeckt, aber trotzdem, wie gesagt, ein Mentalitätsspieler, wenn man das so bezeichnen möchte, das wäre ganz gut, wenn wir den irgendwie aus dem Spiel nehmen, dann haben sie hinten in der Abwehr mit Mark Reiter und Sörensen zwei gute Leute drin, Sörensen kam aus Salzburg, auch schon drei Treffer, also nur die beiden Innenverteidiger zusammen fünf Tore erzielt, also wie gesagt, da heißt es Obacht und noch einen Spieler möchte ich erwähnen, den finde ich nämlich auch noch ganz interessant und zwar Paul-Philipp-Beson, sagt dir der Name noch was? Äh, nee, ich war gerade am Nachdenken, wer uns in der letzten Erstligasaison die Treffer da eingeschenkt hat, aber der spielt nicht mal bei Nürnberg, oder? Äh, nee, da haben wir ja auch, also wir haben das letzte Mal gegen Nürnberg, glaube ich, vor fünf Jahren oder so verloren. Nein, doch, 2014. Aber wir sind doch zusammen abgestiegen. Ja, deswegen haben wir da nicht verloren. Wir haben ja so lange verloren. Nicht verloren, aber wir haben ja gegen die gespielt und da hat doch der, ach Gott, wie heißt er denn, gegen uns getroffen. Ach stimmt, da haben wir 1-1 dann noch gespielt. Ja, und der war richtig gut. Haber hat den Ausgleich geschossen. Jaja, ich weiß, wen du meinst, der ist aber nicht mehr da. Gut, 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 der ist nicht mehr da. Nee, aber Paul-Philipp-Beson, den kennst du, den hast du nämlich gesehen, als er ein Tor geschossen hat in Großasbach. Den haben sie nämlich von der BVB, von der U19, das BVB, das war der mit einem riesen Waden. Ja, ja, der junge Herr. Und der spielt zwar aktuell überhaupt keine Rolle in der ersten Mannschaft, aber ich fand es interessant, als ich bei den Recherchen für dieses Spiel auf den Namen gestoßen bin, weil ich den schon für einen interessanten Spieler halte. Also der hat ja schon in der U19 für mächtig Wirbel gesorgt und galt ja auch schon so als einer der Spieler, die den Sprung schaffen könnten. Spielt aber momentan für die zweite Mannschaft in Nürnberg. Gut. Genau, und ich meinte Mateusz Pereira. Stimmt. Wo spielt der jetzt? Hast du das rausfinden können? Nee, keine Ahnung, aber wir haben am 6. April 2019 gegeneinander gespielt und wir lagen 0-1 zurück durch das Tor für Mateusz Pereira und dann hat das Usan Kabak in der 75. Minute gerettet. Aber wo jetzt Pereira gerade spielt? Ich habe es rausgefunden. Der spielt jetzt bei West Brom. Oh, okay. Ist dahin ausgeliehen. Heimatverein ist weiterhin Sporting oder ja, Sporting Lissabon. Okay. Ja. Krass. Von Nürnberg nach West Brom. Guter Mann, ich gucke gerade mal, was der so gut ist. Der war super, der hat uns völlig, völlig aus dem Konzept gebracht. Der hat alles durcheinander gespielt. War gut. Spielt auch bislang in der zweiten englischen Liga gar nicht so schlecht. 16 Spiele, 4 Tore, 11 Vorlagen. Nicht schlecht. Herr Mislintat? Bitte. Aber ich glaube, es wird schwieriger, aus einem Leihvertrag den Spieler rauszulösen. 7 Millionen Mark wert. Ja, also Mislintat, streiten Sie zur Tat. Ja, also entweder Pereira oder Fabian Kloß. Oh, da fällt mir was ein. Nicht Fabian Kloß, was anderes. Sorry, Sebastian, ich muss mich nochmal nerven mit dem Sandhausen-Thema. Ja, gerne. Weißt du, was mir da aufgefallen ist? Uns fehlt einfach so eine Art Problemlöser. Habe ich die ganze Zeit so überlegt, es fehlt jemand, der die Räume erkennt, der das Spiel aus dem Zentrum heraus so lenken kann, dass wenn es so festgefahren ist, dass es dann halt einfach durch einen guten Pass oder einfach durch Bewegungen, ja, dass da Räume entstehen und Lösungen sozusagen sich auftun. So ein Spieler fehlt uns. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wer könnte das sein? Und dann schaue ich mir heute ein Video an von Konstantin Eckner und dann sagt er genau das, was ich gesagt habe, nämlich Problemlösungen, Spieler, der in engen Situationen den richtigen Pass spielen kann, der aktuell nicht so richtig zum Zug kommt, dessen Stern so langsam am sinken ist und der seinen Verein verlassen möchte. Wer könnte das so sein? Ich bin jetzt echt gespannt. Ja, wenn ich den Namen sage, dann lachen sowieso alle. Mario Götze. Ja, dann sag, also ey. Mario Götze möchte doch unbedingt weg von Dortmund. Also natürlich wird der VfB nicht Mario Götze verpflichten können, das weiß ich schon. Aber ich weiß, was Eckner damit gemeint hat. Also das ist halt wirklich so ein Spieler gewesen beim FC Bayern damals noch, der genau diese Situation lösen konnte, wie wir sie jetzt oft haben. Also du spielst halt einfach nur lang hin, du hältst den Ball in deinen Reihen, aber es passiert nichts. Also es entsteht keine Gefahr, keiner hat so richtig eine Idee, sondern man spielt halt einfach mehr oder weniger lang hin und hofft, dass der Gegner sich mal irgendwie verschätzt oder der Ball jemanden unglücklich verspringt oder so und dann halt eben der Gommis nicht im Abseits steht. Und so ein Typ, ja natürlich jetzt nicht Götze selber, den können wir nicht bezahlen, aber so ein Typ mit der Art Fußball zu spielen, der würde uns gut tun. Ich wüsste jetzt nicht, wer das sein soll, aber ja, vielleicht hat jemand Vorschläge. Ich kann dann an Herrn Mislintat weiterleiten. Ja, aber vielleicht wird es ja auch einfach mal reichen, wenn der VfB nach St. Hausen fährt und dann vor Minute 1 an oder vor Minute 0 einfach mal ans Optimum geht, weil ich glaube, wir haben auch echt gute Leute im Kader, und wenn die echt mal das zeigen würden, was sie noch drauf haben, also ungeachtet ihres Alters, ja, dann wird so ein Spiel auch ganz anders ausgehen. Aber ich habe echt mittlerweile das Gefühl, die Vorgabe ist, es spielt möglichst viele Pässe und haltet den Ball in einen eigenen Reihen und irgendwann fällt das Tor, aber das ist halt nicht Zweitliga-Fußball einfach, sondern das läuft da halt irgendwie anders und eigentlich sollte Tim Walter das auch wissen, aber also ich glaube, wir haben die Qualität im Kader und wir haben auch die Mentalität im Kader und dann muss man den Leuten vielleicht auch mal sagen, hey, wir fahren nach St. Hausen und wir zerstören die und wir sind von der ersten Minute an halt wirklich völlig auf dem Punkt und wir kriegen nicht in der ersten Minute irgendwie einen dubbeligen Eckball und wenn wir ihn doch kriegen, dann verteidigen wir ihn halt sauber, aber das fand ich halt echt wieder, ach, also ich fand es furchtbar und das ist halt für mich dann wirklich mehr Kopfsache als irgendwie Taktik oder Strategie oder Formation oder sonst was, das ist, ja, Kopfsache. Du hast gesagt, wir haben die Spieler, das bringt mich zum Startelf-Tipp für diese Woche. Ja, wir schauen mal, wie das letzte Woche ausging, ich kann sagen, es war das dritte, ja, das dritte Unentschieden in Folge zwischen uns beiden, wir haben beide zehn von elf Spielern richtig getippt, überraschenderweise, wieder mal nur zehn von elf und es ändert sich natürlich auch nichts, es bleibt weiter so, dass ich drei richtige Tipps Vorsprung habe vor dir, aber du hast ja noch eine Rückrunde zum Aufholen und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt beim nächsten Startelf-Tipp für das Spiel gegen Nürnberg nicht so viele Überschneidungen gibt, wie in den Wochen zuvor, weil ich glaube, wir müssen alles überdenken und das auch komplett umwerfen jetzt. Na, ich gehe einfach davon aus, dass Tim Walther einiges verändern wird. Ja, muss er, muss er, also, ich meine, wir haben ja heute in sozialen Medien auch gesehen oder also angeregt durch einen Kicker jetzt die, ja, Trainerdiskussion Fahrt aufnimmt und man darf ja durchaus festhalten nach der Niederlage in Sandhausen, es muss sich echt etwas ändern und es ist Tim Walther zuzutrauen, dass er diese Änderungen vornimmt, aber wenn er es nicht schafft, dann muss man sich tatsächlich überlegen, ob er noch der richtige Trainer ist und ja, und insofern glaube ich auch, dass er jetzt versuchen wird, ein Zeichen zu setzen für das Spiel gegen Nürnberg und dann doch an der Aufstellung auch ein bisschen was drehen wird. Ja, hat auch klare Zeichen in Richtung Förster und Stenzel gesetzt. Förster hat auf der Pressekonferenz so einen kleinen Hieb bekommen. Ja, aber war auch echt nicht gut in Sandhausen, oder? Ja, ja, aber wie gesagt, das ist ja nicht so häufig gewesen, dass der Trainer sich da öffentlich auch so über seine eigenen Spieler geäußert hat. Stenzel raus nach 57, 58 Minuten, was wir vorhin gesagt haben und es wird, denke ich mal, da die eine oder andere Überraschung geben und ja, Sebastian, stürzen wir uns einfach gleich rein in die Startelf. Tipps von uns beiden, im Tor, denke ich mal, wird sich nichts ändern. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Nein, Gregor Kobel war wieder einwandfrei. Aber die Abwehrreihe, wobei, auch hier möchte ich ganz kurz einen Haken, das 2 zu 0 fand ich jetzt, da hat Gregor Kobel auch nicht den allergeilsten Eindruck gemacht. Also, das kann man mit einer guten Strafraumbeherrschung als Torhüter auch anders lösen. Ja, aber er war echt noch der, der am wenigsten Schuld hat. Ja. Ja. Also auch wenn wir mit Fabian Bredlow einen hinten dran haben, der vermutlich genauso gut hält, möchte jetzt echt Gregor Kobel noch keinen Spaß machen. Peter irgendwie zuschieben. Das war, das war echt okay, auch in Sandhausen. Okay, also Kobel ist bei uns beiden gesetzt, ganz klar. Dann kommen wir zur Innenverteidigung. Ich denke mal, da werden wir uns auch noch ähnlich sein. Ich lege mal vor und sage Badstuber und, ich sehe auch keinen Grund, Philips rauszunehmen. Also Badstuber und Philips wären es bei mir. Nee, es gibt echt keinen Grund, aber ich habe gerade den Kicker vor mir liegen. Badstuber Note 4,5 und eine gelbe Karte. Philips Note 5,5 und eine gelbe Karte, wobei ich dann Philips 5,5 Ja, das finde ich auch, ich weiß nicht warum, also ich habe ihn echt nicht so schlecht gesehen. Also, jetzt mal ganz ohne Scheiß, aber wir werfen die Noten oder wir, weiß ich nicht, werfen die Zwiebelringe ins Affengehege. Die Philips Note muss gewürfelt sein. Also 5,5 macht überhaupt keinen Sinn. Der hat noch eine super, eine super Rettungsaktion gehabt. Ich glaube irgendwie in der 14. Minute oder so. Also, na gut, komm, bringen wir uns nicht übernommen auf. Egal, also, nee, aber ich, ich, ich sehe die beiden auch wieder, weil, ja klar, Kempf noch gesperrt und Avucar war nicht mal im Kader, ist ja auch ein deutliches Signal. Ja, das sind unsere Innenverteidiger, die wir haben und die waren jetzt gegen Sandhausen, also auch trotz der Kicker Note jetzt nicht so unfassbar schlecht. So, und jetzt wird es interessant, die Außenpositionen. Also, wir haben ja Sosa, der als Option jetzt wieder da ist und damit würde Castro frei werden, der könnte theoretisch dann auch rechts für Stenzel einspringen und wir haben ja schon gesagt, dass Massimo auch eine Option wäre für die rechte Seite. Tja, jetzt lasse ich erst mal dich vorpreschen. Also, ich glaube, dass wir gegen Nürnberg so beginnen, wie wir gegen Sandhausen geendet haben, das heißt, Borna Sosa auf links und Gonzalo Castro auf rechts und Stenzel erst mal auf der Bank. Ja, das war auch eine Option, die ich mir hier offen gehalten habe, aber ich habe mich jetzt für Sosa und Stenzel entschieden. Also, Sosa sehe ich auch, den musst du eigentlich bringen, auch deshalb, weil halt eben die Nürnberger anfällig sind über die Außen. Es wäre natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, Sosa und Massimo spielen über Außen, gehen dann wirklich stringent die Linie runter und du spielst dann wieder mit eher defensiveren Mittelfeldspielern, die dann die Lücken nach hinten schließen müssen. Aber dieses Risiko würde ich jetzt persönlich nicht eingehen wollen, weil wir haben ja gesehen, dass sowohl Mangala als auch Aska Siba, der übrigens nur 17 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen hat gestern, also das ist... Ja, ich war kurz davor, mein Trikot anzuzünden. Also... Er hatte keinen guten Tag, also gar keine Frage. Aber einen von den Pässen auf Gomez, der dann im Abseits stand oder auch nicht, kam von Santi. Okay, rehabilitiert. Also, wie gesagt, ich habe mich festgelegt auf Sosa und Stenzel und bei dir wären es dann Sosa und Castro. Castro, ja. Das muss ich mir hier notieren, dass ich das nicht nachher verwechsel. Die Sechser-Position, Endo, auch wieder mit einer guten Partie, da lege ich jetzt mal vor. Ja, also gegen Karlsruhe überragend und gegen Sandhausen noch der Beste unter den Schlechten. Also auch in einem Team, was dann irgendwie so ein bisschen den Bach runtergeht, hat er, ja, nach wie vor eine gute Rolle gespielt. Also, Endo ist für mich gesetzt. Es fehlt noch so ein bisschen die Bindung, hat man das Gefühl, was sich auch nicht groß wundert. Das ist sein zweites Spiel von Anfang an, aber nur um ganz kurz hier die Daten auch noch unterzubringen. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, diese Sosa zu planen. Ja, bitte. Zwei Torschüsse, eine Torschussvorlage, 68 Ballaktionen, 52 gespielte Pässe, 44 kommen an, 13 Kopfballduelle geführt, 8 gewonnen, 2 Klärungen, 62% gewonnene Zweikämpfe und knapp 11 Kilometer zurückgelegt. Also das ist eine, also aus meiner Sicht gute Leistung gewesen von Endo, keine herausragende, aber eine gute. Deswegen... Genau, und nach Kobel und Gommes auch der notenbeste VfB-Spieler mit einer Note 4. Oh, okay. So, jetzt wird es wiederum interessant, denn so wie man hört, ist Daniel Didawi wieder im Mannschaftstraining. Sebastian, gehst du davon aus, dass Didawi am Montag auch dann von Beginn an schon eingesetzt wird oder vermutest du, dass Walter da kein Risiko eingehen möchte und ihn erstmal auf die Bank setzt? Ja, ich glaube schon, dass Tim Walter kein Risiko eingeht, weil echt so Montagabend und es ist irgendwie scheißkalt und nee, also ich glaube nicht, dass Daniel Didawi von Anfang an spielt. Ich setze da meine Hoffnung tatsächlich ein bisschen mehr auf Philipp Klement, der ja echt noch so viel verspricht und noch nichts eingelöst hat und irgendwann muss hier mal der Knoten platzen und ja, vielleicht ist es gegen Nürnberg dann soweit. Philipp Klement ist auch komplett weg vom Fenster. Also das ist auch interessant. Auch wieder so ein Fall, erstmal so ein paar Chancen bekommen. Gut, der hat genügend Chancen bekommen. Ja, der hat viele Chancen bekommen, gar keine Frage. Also es war jetzt nicht so, dass er einmal nur von Beginn an spielen durfte und dann kam nichts mehr, aber trotzdem in den letzten beiden Spielen komplett ohne Einsatz geblieben gegen KSC und gegen Sandhausen. Das ist auch schon noch ein kleiner Fingerzeig. Oh, den habe ich jetzt überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt. Also dein Mittelfeld sieht so aus, dass du schon mit Raute spielen würdest, das System wieder ändern würdest oder würdest du so weiter spielen? Nee, also da mir jetzt auch ein bisschen so gerade die Fantasie fehlt, würde ich schon das System beibehalten. Und ich würde Endo als einzige sechs spielen lassen, weil er es gut gemacht hat. Und ich würde auch wieder Asuka Sieber und Mangala bringen. Und dann, ich glaube, ich würde statt Philipp Förster dann Philipp Klement bringen. Okay. Also ich gehe davon aus, dass er wieder umstellt auf Raute und ich sehe dann auch die Davi von Beginn an. Also das ist für mich eigentlich klar, wenn die Davi fit ist, die Minuten jetzt auf dem Trainingsplatz alle absolvieren kann, dann wird er am Montag spielen. Ist ja noch eine Woche, also von daher kann da noch einiges gehen in Sachen Aufbautraining und so weiter. Aber wenn er jetzt schon, wie gesagt, vollumfänglich mit der Mannschaft trainiert, dann müsste es auch für Montag reichen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Endo und die Davi dann das Zentrum bilden sozusagen. Und dann über die Außen bin ich mir sehr unschlüssig. Ich habe jetzt so gedacht, dass ich Santi über diese rechte Seite, über die linke Seite wieder schicke. Das hat er ja auch schon ein paar Mal gemacht. Und ja, dass er so ein bisschen auch als Backup für Sosa fungiert. Sprich, wenn Sosa sich mit nach vorne einschaltet, dann bleibt halt Santi eher mal zurück und kann dann vielleicht Räume schließen, die sich auftun, weil er eben Sosa hinten fehlt. Deswegen würde ich mich da, glaube ich, mit Santi besser fühlen. Wobei Santi da im letzten Spiel auch wieder ein bisschen an Krediten verspielt hat. Egal. Der war schon gut. Der war schon gut. Dir zuliebe. Und auf der rechten Seite ist für mich echt ganz schwer vorherzusagen, weil ich sehe da theoretisch Castro, der bei mir frei geworden ist, sozusagen als kleines Dankeschön für die Wochen jetzt auf der linken Position, also defensiven Bereich. Das hat ihm wahrscheinlich nicht ganz so gefallen. Würde ich mich nicht wundern, wenn Tim Beider sagt, komm, dann spielst du jetzt da vorne rechts und der Mangala bleibt mal eine Weile draußen. Der hätte eh nichts gebracht. Deswegen, ja, so mache ich es auch. Ich stelle auf der rechten Seite Castro, dann die Davi, habe ich gesagt, auf der 10 und dann sind wir im Sturm und da gehe ich übrigens davon aus, dass der Herr Nico González mal eine Pause bekommt. Ja, total. In den letzten Wochen auch nicht mehr das zeigt, was wir uns eigentlich von ihm erhofft haben. Gerade im Abschluss wird es nicht unbedingt besser. Es gab mal eine Szene, da hat endlich mal ein VfB-Spieler den Ball hinter die Abwehr geflankt. Auf González, genau am zweiten Pfosten hat der gelauert und das wurde gar nicht groß thematisiert, auch vom Kommentator nicht. Aber eigentlich war das eine Bombenflanke und González schießt aus vier Metern, ich glaube, 20 Meter übers Tor. Das ist auch wirklich nicht so sehr aufgefallen, aber wenn man es, so wie ich, viermal hin und her spult, dann sieht es auf einmal gefährlich aus. Man konnte so denken, ja, okay, wenn da ein Spieler wäre, der so einen Torriecher hat und ja einfach einen guten ersten Kontakt, dann kann es hier auch dann eben als Eins stehen. Ich glaube, damals stand es noch nicht 2-0 für Sandhausen. Ja, aber González hatte seine stärksten Szenen eindeutig, als er mit Schiri diskutiert hat. Also das war, nee, also wirklich auch nicht das Mindset und nicht die Attitüde, mit der du in ein Spiel gegen Sandhausen reingehen solltest. Also da hilft dir ein González halt nicht weiter. Also wir hatten ja zwischendurch mal kurz die Einschätzung, dass er uns wirklich weiterhelfen kann, aber jetzt so in letzten Spielen verfestigt sich dann doch eher so der Eindruck, den wir von ihm schon in der Bundesliga hatten, ja, schwierig. Und das sehe ich dann tatsächlich auch eher einen Al-Ghadoui in der Startelf als González, auch wenn Al-Ghadoui dann ja irgendwie in Sandhausen kurzverschluss diesen Ball, den er eigentlich einfach reinmachen kann, dann doch nochmal zurücklegt. Warum auch immer, also ja, Sturmreihe aktuell doch relativ problematisch, aber dann doch eher Al-Ghadoui als González. Also Double G bei dir, Gomez und Adi G. Ja, ja, ja. Ich gebe Silas die Möglichkeit, seinen Korn unter Beweis zu stellen. Ah, ja, okay. Ja, einfach, weil ich ja vorhin gesagt habe, die Nürnberger haben Probleme mit trickreichen Spielern und das ist einer, der könnte zum einen natürlich dann so ein bisschen durch Dribblings und Technik die Nürnberger für Probleme stellen und zum anderen hat er auch die Größe, um zumindest mal einen Innenverteidiger auf sich zu ziehen, wenn dann zum Beispiel, ja, Flanken, Eckbälle oder so reinkommen. Vielleicht bringt es was. Deswegen gebe ich mal wieder Silas die Möglichkeit und Mario Gomez, ja, würde ich einfach belohnen für sein tolles Spiel, das er in Sandhausen gemacht hat und vielleicht gelingt ihm ja nochmal so ein Spiel, aber wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal wieder anderthalb Jahre warten oder noch länger bis Mario Gomez zu spielen. Ja, aber also nochmal so ein Spiel mit drei Abseits-Toren würde ich mir nicht wünschen. Also mir wäre es echt lieber, er schießt halt ein reguläres Tor. Gut, dann haben wir unseren Stadtelf-Tipp und ich muss noch eins kurz dazwischen schieben. Wundert euch nicht, dass es heute keine Mailbox gibt, denn ja, ich habe auf den sozialen Medienkanälen schon dazu aufgerufen, nicht mehr die Mailbox anzurufen. Aufgrund der Terminierung der letzten drei Partien, also mit seit tausend der letzten vier Partien, ist es uns nicht möglich, die Mailbox zu schneiden und dann auch, ja, relativ zeitnah eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Für uns ist halt Montag der ideale Aufnahmetag und wir haben letzte Woche gesagt, okay, aufgrund dessen, dass es natürlich das Derby war, verschieben wir die Aufnahme um einen Tag, aber im Prinzip ist uns der Montag schon am liebsten, außer man muss Montag spielen, da wird sich natürlich dann schon nochmal was verschieben, gar keine Frage, aber für dieses Jahr ist die Mailbox erstmal eingestellt, so möchte ich es mal sagen, vielleicht gibt es noch eine Sondermailbox, wenn dann der Präsident feststeht, der neue, aber das müssen wir auch noch gucken, ob wir das zeitlich irgendwie hinbekommen und die Mailbox wird natürlich dann nach der Winterpause wieder zurückkommen und, ja, mit hoffentlich weiter so kreativen Anrufen von euch versehen werden wie zuletzt. Genau, und wir hören natürlich auch nach wie vor eure Anrufe ab, also auch wenn es jetzt nicht veröffentlicht wird, hören wir uns an, was ihr da auf unserer Mailbox sprecht und wenn es dann natürlich, jetzt ist so eine Aufforderung zum Pitch, eine besonders kreative Einreichung irgendwie anbieten könnt, zum Beispiel mit einem Weihnachtslied auf der Blockflöte oder ähnlichem, dann ist natürlich es nicht ausgeschlossen, dass es doch irgendwie Eingang in die aktuelle Folge findet. Soll ich da die Nummer nochmal sagen? Sicherheitshalter. Ja, sag nochmal die Nummer. Na komm, 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 Das ist die Nummer, die ihr anrufen könntet, wenn es... Könntet. Also in ganz dringenden Fällen. Ja. So. Wenn ihr eine Blockflöte habt. Ich hab eine übrigens, aber ich wusste jetzt nicht. Okay. Dann noch ein kleiner Nachtrag zum Derby letzte Woche. Wir haben ja da ausführlich drüber gesprochen, aber wir wussten noch nicht, dass das Rauchpulver, was im Gäste-Fanblock gefunden wurde, vielleicht von den VfB-Ultras dort deponiert wurde, denn am Dienstag früh, glaube ich, erschien plötzlich ein Artikel, der, ähm, Sebastian, du hast es, glaube ich, auch gelesen, der, ja, einfach die Ultras, das VfB Stuttgart, mit dieser ganzen Aktion so ein bisschen, ja, in Verbindung brachte. Ja, man hat es ja vorher am Wochenende schon mal so, ähm, ja, auf halbseitenden Kanälen gehört, ähm, dass irgendwie unter dem Podest, ähm, des Vorsängers im Gästeblock, äh, irgendwelche, ähm, roten, ähm, ähm, ja, Zünder gefunden worden wären und am Dienstagmorgen, äh, wurde das Ganze dann, äh, verifiziert, was dann halt leider für uns ein bisschen zu spät war. Ja, deswegen seid uns da nicht böse, vor allem die KSC-Fans, die sofort dann natürlich, äh, unser Interview mit ihrem Fanvertreter, äh, kommentiert haben mit, ja, aber das waren ja die Stuttgart-Fans, aber letzten Endes, ähm, ja, rechtfertigt auch das diesen Polizeieinsatz nicht, also von daher, ähm, ja, also ich tue mich damit eh so ein bisschen schwer, man hat ja jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass, dass es vielleicht auch sein könnte, dass die KSC-Ultras bewusst den Verdacht auf die VfB-Ultras lenken möchten, also, äh, da gibt es jetzt, äh, äh, skrude Verschwörungstheorien, ich denke mal, die Polizei wird versuchen, das Ganze aufzuklären, ein Polizeisprecher meinte, wir wissen nicht, wer das war, wir ermitteln, also da sind wir mal gespannt, was dann letzten Endes dabei rauskommen würde, nur mal so eine ganz persönliche Einschätzung von mir, ja, und bitte nicht gleich wieder anrufen, ähm, ich persönlich hätte es einfach nur gefeiert, also, wenn da plötzlich, äh, roter Rauch unter dem Vorsänger-Protest vorkommt, und die ganzen Karts überhaupt keine Ahnung haben, was da gerade passiert, es wäre einfach so legendär gewesen, auf der anderen Seite muss man natürlich auch berücksichtigen, dass vielleicht auch eine Panik hätte entstehen können oder sowas in der Art, also es ist schon, ist schon eine krasse Aktion gewesen, ja, also ich, ich stelle mir gerade die Gesichter der Polizisten vor, wenn sie da unter das Podest schauen und plötzlich Zeitzünder und so lange Stäbe sehen, also da hätte ich erstmal persönlich, äh, vielleicht einen Schritt zurück gemacht und, ähm, ich weiß nicht, irgendein Sondereinsatzkommando bestellt, also es ist schon eine krasse Aktion, keine Frage, aber die Idee an sich, die honoriere ich, die finde ich cool, die Frage ist, Sebastian, was hat das für Auswirkungen, ja, also gerade Choreo-Verbote und so, ähm, jetzt gehen wir mal einfach davon aus, es stimmt, dass VfB-Ultras das Ding dort deponiert haben, dann kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass das Ganze am Samstag passiert ist, als Teile der Ultras, die die großartige Choreo vorbereitet haben, die eigene Choreo aufgebaut haben, genau, da könnte man natürlich jetzt die Befürchtung haben, dass es dann vielleicht, äh, ja, einfach Auswirkungen hat und der Verein und natürlich auch die Polizei in Zukunft Choreos untersagt. Das glaube ich nicht, weil ja gerade jetzt auch die Stuttgarter Polizei oder die Landespolizei, ja, vermutlich noch genug damit beschäftigt ist, ihren eigenen Einsatz gegen die KSC-Fans zu rechtfertigen, insofern glaube ich, dass halt diese, ähm, ja, Pyro-Geschichte im Gästeblock relativ schnell in Vergessenheit gerät, also, ähm, ich glaube nicht, dass das nachkommt. Okay, dann hoffen wir das einfach mal, der Schwabensturm hat sich in Sandhausen auch nochmal mit einem Banner, ähm, ja, an die Polizei, nicht nur an die Polizei, sondern auch an den Verein gerichtet, äh, auf dem Banner stand Verein, Stadt, Land, Aufklärung der Polizeiarbeit in Stuttgart, jetzt, und, ähm, ja, da wäre ich auch dankbar, wenn der Verein, also der VfB, einfach versucht, jetzt, da auch mal so ein bisschen, äh, sag mal, Partei für die Fans zu ergreifen, also jetzt nicht nur für die VfB-Fans, sondern auch für die Gäste-Fans, weil das sind mir in letzter Zeit zu viele Zufälle, äh, die hier passieren, Freiburger, Bayern, Frankfurter, jetzt die Karlsruher, alle können ein Lied davon singen, dass es hier schon Methoden gibt, die die Polizei anwendet, die vielleicht jetzt nicht gang und gäbe sein sollten, und ich finde, da kann der Verein auch mal sich mit einem Statement zu Wort melden, und das Ganze so ein bisschen einordnen, möchte ich mal sagen, denn, äh, da sind wir uns, denke ich mal, mittlerweile im Klaren darüber, dass es vielleicht schon zu Vorfällen gab, oder kamen rund ums Spiel, aber das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt rechtfertigt, dass man 600 Leute einkässelt, aber gut, letzte Woche haben wir ausführlich darüber gesprochen, deswegen ersparen wir euch das, und schauen noch ganz, Apropos Schwabensturm, ich suche gerade noch die, die, die Mitteilung, ähm, gegen, beim Spiel gegen Nürnberg, ähm, schenkt der Schwabensturm, glaube ich, Glühwein aus, oder? Hast du davon was mitbekommen? Nee, aber da bin ich natürlich schon extra früh da, würde ich sagen, damit ich zwei Gläser trinken kann, und direkt hacke zu bin. Ich denke gerade nicht, jetzt musst du kurz was erzählen, und ich, ich, ja, das ist gar kein Problem für mich, da kann ich mal noch Bezug auf die Unterstellung nehmen, dass, also die letzte Woche ebenfalls von mir thematisiert, das Problem, dass es offensichtlich nur in VIP-Bereichen bei Hochrisikospielen Alkohol gibt, da wurde ja mir unterstellt, dass ich, äh, ein Alkoholproblem hätte, wenn mich sowas so sehr ankotzen würde, dass ich ständig Alkohol brauche, auch dabei möchte ich hier nochmal klarstellen, mir reicht es einfach, wenn ich ein Päckchen Ferreiro Rocher mit, nee, was war das? Mancherie, genau, wenn ich ein Päckchen Mancheriefeuer esse, dann bin ich einfach so, so zu wie andere nach drei Bier, also von daher, ich habe kein Problem damit, dass es kein Alkohol gibt, ich finde es einfach nur ungerecht, wenn man da so eine Zweiklassengesellschaft, ähm, durchzieht und im Vorfeld kommuniziert, dass es halt einfach, ja, überall im Stadion kein Alkohol gäbe, aber wir haben es ja inzwischen dann auch herausgefunden, es lag daran, dass man einfach Verträge hat und, ja, was soll man da machen? Dann gibt es halt einfach Alkohol auf, oder, ja, im Business-Bereich. Hast du es jetzt herausgefunden? Ähm, ja, tatsächlich, also, ähm, beim Heimspiel gegen Nürnberg am 9.12. ähm, sammelt der Sparbesturm 02, ähm, für das Hospiz St. Martin und es gibt einen Losverkauf und es gibt einen Schlüsselanhängerverkauf und es gibt einen Punschverkauf im Umlauf der Cannstatter Kurve. Ähm, also insofern, äh, ja, wenn ihr, äh, dort seit und in der Kurve steht, ähm, kauft, äh, lose, kauft Punsch, kauft Schlüsselanhänger, ähm, das ist für einen guten Zweck und, ähm, ja, das zeigt einmal mehr, also nach der grandiosen, ähm, ähm, Choreo, ähm, im Heimspiel gegen KSC, jetzt auch gegen Nürnberg, dass die Kurve echt, ähm, ganz große Klasse ist und, äh, ja, nicht nur auf sich selbst guckt, wie viele immer sagen, sondern sich auch durchaus für andere engagiert. Ja, also, ich werde dann leider Gottes nicht zu dem Genuss kommen, Glühwein trinken zu dürfen, denn, ja, ich komme nicht in den Umlauf der Cannstatter Kurve. Leider. Du bist wieder im schwierigen Umfeld der Haupttribüne. Ja, Sebastian, du musst mich nicht jedes Mal darauf ansprechen, weil es vermies mir eigentlich schon im Vorfeld das ganze Spiel, wobei die letzten Spiele gingen eigentlich. So, jetzt kommen wir zur Jugendarbeit, das geht diesmal, oh, ich sehe gerade auch ein bisschen länger als sonst, sorry, ich wollte sagen schnell, aber es gab ja da noch ein Interview mit Thomas Krücken, auf das ich gleich zu sprechen komme. Eins möchte ich dennoch kurz erwähnen, das ging jetzt so ein bisschen unter, als wir über Sandhausen gesprochen haben, Lee Eggloff saß natürlich wieder auf der Bank unserer ersten Mannschaft und das ist natürlich dann schon jetzt eine Tendenz, die man da erkennen kann, also der Junge wurde jetzt vielleicht doch nicht nur für dieses eine Spiel belohnt, sondern soll fester Bestandteil der ersten Mannschaft werden, ähnlich äußert sich ja auch, ich glaube, Thomas Hitzesberger oder war es Sven Missenthal, das möchte ich jetzt hier nicht abschließend festlegen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, einer von beiden hat gemeint, auch nicht. Ja, mittelfristig soll er vollwertiges Mitglied der ersten Mannschaft werden, außerdem trainierten Nick Betzner, Nikos Sokrafakis und Florian Kleinhansel mit den Profis zu Beginn der letzten Woche und Sokrafakis möchte ich auch nochmal ganz kurz hier mit ins Boot holen, weil mir der bei der U21 richtig gut gefällt, also wenn ich richtig informiert bin, kam der zu Beginn der Saison von der zweiten Mannschaft der Berliner Hertha zu uns und immer wenn ich den live sehe, muss ich sagen, dynamischer, schneller, guter Spieler, gefällt mir richtig gut und es scheint dann auch Tim Walter aufgefallen zu sein, dass der Junge vielleicht, ja, eine Option sein könnte, mal für die, für die erste Mannschaft. Ist mit Sicherheit nicht so nah dran wie andere, wie zum Beispiel in Lee Ergloff, aber, ja, muss man definitiv auf dem Zettel haben, guter Mann. So, und dann komme ich zu Thomas Krücken, der seine Pläne vorgestellt hat, das ist ja der neue Direktor Sport im VfB Nachwuchsleistungszentrum. Zunächst hat Thomas Hitzisberger wieder ein paar interessante Sachen gesagt, die ich euch nicht vorenthalten möchte und zwar sagt Hitzisberger über die Jugendarbeit des VfB, wir haben uns immer über Titel definiert, das darf bei der Ausbildung der Spieler nicht mehr unser Gradmesser sein, natürlich schauen wir auf Ergebnisse und Tabellen, aber in erster Linie auf die Entwicklung der Spieler. Hm, da muss ich erstmal, oder musste ich erstmal überlegen, wie finde ich das jetzt eigentlich, also eigentlich denkt man ja, wenn sich Spieler positiv entwickeln, einen guten Weg gehen, dass sich das eigentlich auch auf die Tabelle auswirken müsste, beziehungsweise sich dann vielleicht auch in Titeln niederschlagen sollte. Ist das, ist das, also sind das falsche Rückschlüsse von mir oder wie siehst du das, also dass er da so ein bisschen, sagen wir mal, den Erfolgshunger des ein oder anderen Fans vielleicht ein bisschen zurückschrauben möchte und sagen möchte, es geht um das Individuum, wir möchten einzelne Spieler fördern und da kann es halt trotzdem mal sein, dass dann die Mannschaft insgesamt vielleicht nicht so gut abschneidet, aber der einzelne Spieler dadurch eher sich weiterentwickelt. Ja, so ein Stück weit kann ich das schon nachvollziehen, weil natürlich die Tabellenplatzierungen immer sehr kurzfristig sind, immer so eine Momentaufnahme sind und die Entwicklung von vielversprechenden Talenten natürlich ein, ja, ein Projekt sind, das natürlich wirklich nachhaltig irgendwie gestaltet werden muss und das im Zuge dieser Talententwicklung natürlich auch mal Tabellenplatzierungen dabei rausspringen können, die kurzfristig nicht zufriedenstellend sind, das ist natürlich ganz klar und ich finde es halt einfach nur wichtig, dass man, oder dass die Verantwortlichen von vornherein klar machen, wo ihre Prioritäten liegen und wenn die sagen, hey, wir wollen Persönlichkeiten entwickeln, wir wollen gute Spiele entwickeln und die kurzfristige Tabellensituation ist dabei für uns eher nachreinig, dann verstehe ich das halt auch und ich sehe halt auch ein, wenn es da mal sportlich nicht so läuft, habe ich halt dann eher die Möglichkeit, das große Ganze zu sehen und ich finde es halt wichtig, diese Ansagen zu machen und wenn die gemacht werden und sie werden klar gemacht, dann finde ich das auch vollkommen okay. Außerdem sagt Hitzesberger über die U21 wird nicht diskutiert, Punkt, sie bleibt bestehen, es gibt keine Diskussion mehr und ein weiterer Satz, den finde ich auch ganz interessant, es muss aus den Köpfen raus, dass in der Oberliga keine Entwicklung stattfinden kann. Also ich glaube, dass da eine Entwicklung stattfinden kann, darüber sind wir uns einig, das Problem ist halt, dass das Niveau, auf dem diese Entwicklung stattfindet, vielleicht nicht dem entspricht oder anders ausgedrückt, der Sprung von der Oberliga dann in die zweite Liga ist schon hart, ist ein krasser Sprung und da wäre es halt einfach besser, wenn der VfB in der vierten Liga spielen würde, weil ja, da herrschen halt einfach Profibedingungen, du spielst halt hier in einer klassischen Amateurliga, deswegen ja, eine Entwicklung kann dort stattfinden, keine Frage, aber es ist vielleicht nicht die optimale Voraussetzung für eine positive Entwicklung, so würde ich sagen. Ja und vor allem hast du halt null Argumente für jemanden, der in der ersten Mannschaft nicht zum Zug kommt, dem kannst du normalerweise sagen, okay, ja du spielst jetzt im Profiteam nicht, aber du kannst in der dritten oder vierten Liga kicken, aber so hast du halt echt null Argumente eigentlich für jemanden wie Koulibaly oder Klimowitz auf lange Sicht, um diese Jungs zu halten, weil die wollen ja nicht Oberliga spielen und die werden sicherlich Angebote bekommen von anderen Teams und ja, da ist halt einfach ein schweres Standing einfach. Ja, nehmen Jan Kliment, der im Winter den VfB gerne verlassen würde. Sein Vertrag läuft zwar nur bis 2020, aber ich kann mir vorstellen oder könnte mir vorstellen, würde der VfB eine Liga weiter höher spielen? Natürlich, ja. Würde Klima vielleicht zumindest darüber nachdenken, den Vertrag komplett zu erfüllen? Auf der anderen Seite kann man jetzt auch sagen, für den VfB wäre es vielleicht jetzt auch nicht das Allerschlechteste, wenn man noch eine kleine Ablöse kassieren könnte für den Spieler. Gut, ja, aber ich verstehe oder bin da ganz bei dir, das wird schwierig, das Spielern aus der ersten Mannschaft zu vermitteln, dass sie jetzt mal in der zweiten, sprich dann in der Oberliga ran müssen. Auch noch wichtig, was Thomas Hitzisberger zum Gespann Krücken und Mutschler sagt, die ja die NLZ-Chefs sind, da meinte er, ich hoffe, dass wir in dieser Konstellation lange zusammenarbeiten, weil Nachwuchsarbeit von langfristigen Entwicklungen lebt. Ja, kann man denke ich mal einen Punkt dahinter machen und dann kommen wir mal zu den berühmten, mittlerweile schon berühmten Viersäulenprinzip von Thomas Krücken, der endlich auch mal so einen richtig öffentlichen Auftritt hatte, weil bislang hat man ja von ihm relativ wenig mitbekommen, leider Gottes. Das muss auch wirklich ein hochinteressanter Mann sein, aber es kommt aus meiner Sicht viel zu wenig draußen an, also auch hier vielleicht mal der Aufruf an den VfB Stuttgart, solche Leute auf VfB TV irgendwie eine Plattform zu geben. Wenn es da schon keine Interviews irgendwie in der Presse gibt oder so, dann könnte man vielleicht selber mal mit diesen Leuten irgendwie sprechen und wenn es der Laser ist, leck mir am Arsch, ist mir wurscht, aber irgendwie möchte ich jetzt mal... Und ich glaube, wenn der Herr Krücken mal bei uns zu Gast wäre, wir würden uns ja auch nicht verwehren, oder? Nee, aber so was wäre... Ja, ich weiß, ich habe es nur mal so eingeworfen. Sehr gerne, Herr Krücken, also ich würde mich... Das hätte es noch mal happen, aber ich habe es mal so eingeworfen. Ich würde mich auch über den U11-Trainer beim VfB Stuttgart hier in STR freuen, aber es ist völlig illusorisch. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe es nur mal so kurz einwerfen wollen. Vorher laufe ich mit Usain Bolt irgendwie die nächsten 100 Meter auf Weltrekord, also das Ganze komplett... Und gewinnt es doch noch. Ja, also das richtet sich übrigens nicht an den EV, sondern an die AG. Da werden ja bekanntlich Unterschiede gemacht. Gut, Thomas Krückens vier-Säulen-Prinzip, Bildung und Erziehung, Training und Wettkampf, Leadership und Coaching, Scouting und Analyse. Das sind die vier Säulen, auf die der Herr Krücken sein NLZ aufbauen möchte und das klingt erstmal ganz gut. Er hat dazu natürlich auch noch ein bisschen was gesagt. Erster interessanter Punkt, den ich hier kurz aufgreifen möchte, Potenzialtraining nennt er das. Individuell auf einzelne Talente zugeschnittenes Training. Habe ich erstmal gestutzt, denn ich weiß jetzt so aus dem eigenen Bekanntenbereich, das ist in vielen Turnvereinen oder auch in Basketballclubs oder so schon gang und gäbe, dass man junge Talente individuell fördert. Und das hörte sich jetzt bei Krücken so an, als wäre das jetzt was Revolutionäres beim VfB Stuttgart, dass man praktisch individuell auf einzelne Talente zugeschnittenes Training anbietet. Also, weiß nicht, weißt du da ein bisschen mehr, wurde das früher schon beim VfB gemacht oder ist das jetzt wirklich so diese neue Erfindung? Ja, da bin ich völlig raus. Also ich kann nur dazu sagen, dass unser Sohn jetzt im Alter von sieben auch mal so ein bezahltes VfB Fördertraining gemacht hat und anschließend wurden dann, glaube ich, schon so die Besten so ein bisschen rausgepickt und denen wurde angeboten, doch ein weiteres Training zu machen, aber das mussten dann die Eltern auch bezahlen. Also, ja, also ich glaube schon, dass es da noch relativ viel Optimierungspotenzial gibt, aber jetzt ganz konkret, wie jetzt das beim VfB funktioniert, weiß ich tatsächlich nicht. Also 50 Prozent der Trainingseinheiten werden inzwischen als individuelles Training betrachtet. Ja, also, wie gesagt, das habe ich jetzt auch schon aus dem Bekanntenkreis in anderen Sportarten gehört, deswegen gehe ich mal davon aus, dass, ja, so ein großer Verein wie der VfB Stuttgart da auch in diese Richtung oder so arbeiten wird. Was ich auch interessant fand, dreimal pro Woche wird vormittags um elf mit 70 Spielern und bis zu 20 Jugendtrainern gearbeitet. Das klingt enorm viel und das nimmt man ja sonst auch gar nicht so wahr, logischerweise. Wir sind ja nicht jeden Vormittag an der Mercedes-Straße und schauen uns das an, aber das ist schon ein Statement, mit 70 Spielern und 20 Jugendtrainern da gleichzeitig zu trainieren. Das zeigt vielleicht auch die Dimensionen so ein bisschen. Morgen um elf, wenn dann noch Schule ist, das ist irgendwie ja schon, also, ja. Ja, also das wäre mal interessant, genau, das wäre vielleicht auch mal interessant zu wissen, wie das dann gelöst wird. Ja, ob die dann nachmittags nochmal zusätzlich Schule haben, also irgendwie müssen sie ja den Stoff dann auch mitbekommen oder ob sie dann an den anderen zwei Werktagen, also dreimal pro Woche wird vormittags trainiert und dann gibt es ja noch zwei weitere Werktage, ob sie da irgendwie noch länger Schule haben. Also es ist schon, denke ich mal, ein hartes Programm, was die Jungs dadurch laufen müssen. Sehr interessantes Thema. Außerdem auch noch eine interessante Aussage von Krücken, wir müssen wieder Entscheider entwickeln. Da sind wir bei dem Thema, das ich ja vorhin schon mal aufgeworfen habe, dass es im Spiel irgendwie so die Problemlöser, die gibt es halt nicht beim VfB, das ist übrigens nicht nur beim VfB so, das kann man, oder konnte man zum Beispiel auch bei der Nationalmannschaft 2018 bei der Weltmeisterschaft hervorragend beobachten. Das ist allgemein ein Problem, also ich beschränke mich jetzt mal auf den deutschen Fußball, da sieht man das bei vielen Mannschaften, die zwar viel Ballbesitz haben, aber dann nicht so richtig wissen, was sie jetzt damit anfangen sollen. Also das hat man bei Bayern München schon häufiger gesehen, Dortmund hat so Probleme. Ja, also das ist etwas, was, denke ich mal, wirklich wichtig ist, dass man irgendwie wieder, ja, diese Freiheit, möchte ich sagen, diese Kreativität fördert der einzelnen Spieler, der jungen Spieler. Das fehlt mir ein Stück weit. Nee, genau, also so ein bisschen mehr Individualität ist ja schon, ja, durchaus wünschenswert. Das hat ja dann auch, ich glaube auch schon Mehmet Scholl gesagt, also da kann man jetzt von ihm halten, was man möchte, aber natürlich hat er recht, dass wir so wieder so ein Stück weit aus dieser Uniformität raus müssen und den jungen Spielern nicht ihre individuelle Talente berauben dürfen, sondern die sollen halt das, was sie gut können, auch weiterhin machen. und ja, und das ist halt so die Aufgabe, auch dann vom NLZ, die Leute halt schon so ein bisschen einzuladen, aber halt natürlich ihnen trotzdem ihre individuellen Qualitäten zu lassen. Also das ist eine sehr, sehr spannende Herausforderung. So, und jetzt halte ich fest, Sebastian, jetzt kommt wirklich das Ding schlechthin, was neu eingeführt wird beim VfB Stuttgart und da habe ich gedacht, mein Gott, also absolut revolutionär, da könnte es auch sein, dass das ein oder andere NFL-Team mal hier in Stuttgart vorbeischaut, denn Nachwuchstrainer tauschen sich regelmäßig ab sofort mit Rainer Wittmeier über Talente aus. Da habe ich gedacht, ja, aber ey, komm. Alter. Ja, aber da gehe ich mal davon aus, also ich persönlich wäre davon ausgegangen, dass es gang und gäbe ist, Ja, natürlich. dass Teile des Profitrainerstabs ständig sich mit Nachwuchstrainer austauschen, also jetzt zumindest U21, U19, sage ich jetzt mal. Von mir aus auch U17. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass sich das jetzt hier speziell auf Rainer Wittmeier bezieht, der ja als fester Co-Trainer hier in Stuttgart bleiben soll und dass er dann wirklich so der Ansprechpartner schlechthin wird. Ansonsten, also wenn man jetzt anfängt, nach so vielen Jahren Jugendarbeit, erst dieses Bindeglied zur Profimannschaft aufzubauen, dann wäre ich echt schockiert, muss ich sagen. Also deswegen hoffe ich mal, dass sich das nur auf Wittmeier bezieht. Und abschließend der Satz von Krücken, der klingt vielversprechend, aber gleichzeitig macht er mir auch ein bisschen Angst, weil ich beim VfB Stuttgart gewohnt bin, dass solche großen Sätze meistens dann irgendwann krachend oder anders, dass solche Sätze dann irgendwann wieder ausgekramt werden, wenn man sich dann über die gescheiterten Personen lustig macht. Und zwar sagt Krücken, das ist das spannendste Fußballprojekt Deutschlands hier beim VfB Stuttgart. Hui. Ja, genau. Das Zitat hatte ich auch noch nicht gelesen, aber das ist, ja, also das ist eine hohe Messlatte auf jeden Fall. Aber du hast es schön zusammengefasst. Hui, das ist wirklich eine Ansage. Aber mal gucken. Ja, weil ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie die Hertha aus Berlin, aber na gut. Ja, die Fußballhauptstadt. Ja. Gut, sei es drum, das war das Thema. Ja, kommen wir zu U21, zum Spielbetrieb an sich, denn da gibt es Positives zu vermelden. Die U21 konnte 3 zu 1 gegen Oberachern gewinnen. Und wir haben ja vorhin schon Klimowicz gelobt. Der hat in diesem Spiel zweimal getroffen. Er zielte in der 18. Minute das 1 zu 0 und in der 66. Minute das 3 zu 0. Dazwischen traf auch noch der Herr Söckler zum 2 zu 0, der auch immer besser in Fahrt kommt. Und ein Sonderlob kassierte Antonis Aydonis, Sebastian, und zwar von Michael Gentner, der über Aydonis sagte, er spielt seit Wochen konstant, gewinnt jeden Zweikampf und zeigt auch noch ein herausragendes Passspiel. Er vereinigt Qualität und Mentalität. Herr Walter. Das klingt gut, also kann der Aydonis nicht auch Rechtsverteidiger spielen? Kann er auch. Ja, ja, kann er auch. Aber ich glaube, der hat jetzt noch gar nicht unter Walter trainiert. Also die Vorbereitung, da hat er mitgespielt, oder war da nur Luca Mack und Aydonis war komplett raus. Aber Aydonis hat schon Bundesliga gespielt, oder? Das ja. Unter Willig oder unter Weinzierl? Unter Weinzierl. Schon noch, oder? Ja. Da muss man natürlich erst mal skeptisch werden, wenn Markus Weinzierl irgendjemand aus dem Jugendbereich rausholt. Grundsätzlich gilt das erst mal so als Touch of Death. Also eigentlich schon, ja. Aber in dem Fall vermutlich nicht. Ja, der Aydonis, wenn ich ihn jetzt in der Oberliga gesehen habe, muss ich halt auch sagen, der sticht halt raus. Also das ist halt nicht diese klassische Oberligaspieler logischerweise. Das ist eindeutig mehr. Aber auch hier. Ja, auch in der U19 im Finale letzte Saison. Ja. Da war er ja schon einer von denen, wo man dachte, hey, der ist aber echt nochmal einen Kopfgröße auf eine Schulter breiter irgendwie. Also, ja. Ich glaube, ihm würde es halt auch gut tun, wenn er eine Liga höher spielen könnte. Ja, aber das ist schon ein interessanter Mann. Also, wird das ja auch nochmal bestätigt. Freut mich dann immer, dass diese persönlich gewonnenen Eindrücke von wirklichen Fachleuten dann auch nochmal bestätigt werden. Ist also eine Option vielleicht mal für die Zukunft. Klimobils haben wir angesprochen. Vielleicht noch ganz interessant, die Kickers haben nur 1 zu 1 in Freiburg gespielt. Und das führt dazu, dass der VfB jetzt, ja, Erster ist in der Oberliga. Das waren sie ja letzte Woche auch schon, aber mit zwei Punkten Vorsprung vor den Kickers. Genau, nicht mehr punktgleich, sondern jetzt mit Polster, ja. Genau. Und vor Göppingen. Und jetzt gibt es auch nur noch ein Spiel. Am Freitag, Sechstag, Zwölfte, Nikolaus, da geht es gegen den Tabellen-Siebten, Nöttingen. Und wir erinnern uns alle, das Hinspiel, voller der VfB, damals wirklich überraschend mit 0 zu 1. Und man sprach davon, dass es dann doch wohl nicht so leicht wird in der Oberliga und das geht doch nicht so schnell mit dem Aufstieg. Aber eins steht fest, sollte der VfB jetzt hier dieses Spiel gegen Nöttingen gewinnen, geht man als, ja, Tabellen-Erster in die ganz lange Winterpause. Ja, das ist ewig, bis März oder irgendwie so. Ja, genau. Bis zum 29.2. Also es ist wirklich krass, wie lange die Jungs dann pausieren müssen. Aber es wäre schon ziemlich cool, wenn man dann mit vielleicht sogar noch einem größeren Vorsprung außer zwei Punkten in diese Winterpause gehen könnten. Und dann könnte ich auch mit dieser Hinrunde erstmal leben. Ja, absolut. Also nach dem schwachen Start war das ja echt ein sehr starker Endspurt. Also wenn man mal die Derby-Niederlage auf der Waldau rauslässt, dann haben sie ja so gegen Ende echt dann alles gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt. Das macht Hoffnung für die Rückrunde. Und dann gibt es noch wirklich ein absolutes Highlight zum, ja, das ist glaube ich auch das letzte Spiel in der Saison, in der Hinrunde, nicht in der Saison, für die U19. Also erstmal, die U19 hat 1-0 in Ingolstadt gewonnen. Davino Knappe hat das Tor geschossen in der 57. Minute. Und jetzt wird es wirklich langsam spektakulär in dieser Liga. Denn Mainz, die ja lange geführt haben, verlieren zu Hause gegen Hoffenheim mit 1-2. Und das führt dazu, dass Hoffenheim plötzlich auf Platz 1 steht. Die ja die ganze Zeit hinter Mainz, Bayern und dem VfB zurücklagen. Die stehen jetzt auf 1. Der VfB mit 30 Punkten auf Platz 2. Punktgleich übrigens mit Hoffenheim. Also da trennt die beiden Mannschaften nur das Torverhältnis. Dritter, dann die Bayern mit 29 Punkten. Mainz auf Platz 4 mit 28 Punkten. Also alles richtig eng zusammen. Und jetzt kommt es richtig geil. Am Samstag, am 7.12. spielt der VfB Stuttgart in Hoffenheim sozusagen auch um die Herbstmeisterschaft. Also das ist auch nochmal ein richtig schöner Abschluss für die U19. Denn auch da beginnt dann die Winterpause, die bis zum 2.2. anhält. Zwischendrin gibt es ja noch den Mercedes-Benz Junior Cup. Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Aber diese U19, ja die Liga ist sehr interessant. Also es ist richtig eng und das könnte wirklich ein spannender Meisterschaftskampf bleiben bis zum Schluss. Also das, ja. Ja und cool auch, dass die VfB U19 halt nach wie vor da echt zur, ja zur Spitze gehört, obwohl sie dann doch, ja viele vom erfolgreichen Jahrgang des letzten Jahres abgeben mussten. Aber ja, sie haben da halt irgendwie Nachrücker gehabt und sind nach wie vor vorne dabei. Das ist echt, ja sehr sehr stark. Ja, also diese Entwicklung haben glaube ich die U19 die wenigsten zugetraut. Also die meisten sind davon ausgegangen, dass es jetzt so ein kleines Tief gibt. Ja, es sind halt viele wichtige Spieler weg. Jetzt auch noch Eggloff, der in die erste Mannschaft hochgezogen wurde. Bin ich mal gespannt, wie sie das kompensieren können. Aber das sieht nicht schlecht aus, muss man sagen. Gut Sebastian, dann haben wir es wieder geschafft. Sorry, dass ich dich heute so gestresst habe mit dem Sandausenspiel. Nee du, alles, alles, alles gut. Ich will dich ja nicht langweilen, weil, also wenn du gelangweilt bist. Also alles gut. Dann sind die Hörer ja völlig von der Rolle. Also ich muss wirklich gestehen, nachdem dieser Termin der Viererkette irgendwie durch ist, bin ich, gehe ich jetzt echt so ganz entspannt in den letzten vier Wochen des Jahres. Aber das war, ja, schon nochmal echt eine Herausforderung, weil ich meine, ist ja kein Geheimnis. Wir Podcaster, wir sitzen halt hier alleine in irgendeinem Zimmer und sprechen halt vor die Wand und dann sitzt du auf einmal auf irgendeiner Bühne und hast halt dann die zwei Kandidaten für das Präsidentenamt des VfB Stuttgart auf der Bühne, musst denen Fragen stellen und da gucken auch noch 200 Leute dabei zu. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen speziell. Und das Mikrofon knackt nicht nur, sondern es funktioniert gar nicht. Tja, the story of our life. Genau, und wir dachten, wir hätten hier Probleme mit unseren, mit unseren Knacksern. Aber jetzt, nach der Viererkette im SSC wissen wir, was wirkliche Tonprobleme bedeuten. Ja, wir wissen, dass wir dann in Zukunft nicht mehr ganz so hart mit uns selber in den Bericht gehen müssen. Gut, also, dann möchte ich natürlich noch darauf hinweisen, dass es auch weiterhin das Vertikalbuch zu kaufen gibt. auf vertikalbuch.de könnt ihr das Ding bestellen und ich könnte mir vorstellen, dass Sebastian auch so nett ist, das Buch, wenn ihr es ihm irgendwie frankiert zuschickt, zu signieren. Ihr müsst nicht mal irgendwas zuschicken, also, ihr schreibt uns eine Mail an post.vertikalpass oder ihr schickt uns auch per PayPal irgendwie Kohle, also, schreibt einfach, wenn ihr eine Signatur reinhaben wollt und wir machen das, gar kein Thema. Also, das ist doch ziemlich cool und ich hatte ja das große Vergnügen mit deinem genialen Partner ein bisschen sprechen zu können bei der Viererkette. Genau, der 80% dieses Buches geschrieben hat. Also, ich bin ja schon ein bisschen verliebt, muss ich leider über das gestehen. Also, holt euch dieses Buch, es ist einfach ein Traum. Gut, ich möchte jetzt nicht schon wieder anfangen, weil ich habe es, glaube ich, ein paar Mal erzählt und die Leute sind dann wahrscheinlich irgendwann auch mal genervt von meinen Lobhudeleien, aber eine Lobhudelei, die geht noch in Richtung Dennis raus. Lieber Dennis, ich würde mich freuen, wenn du dann wirklich jetzt 2020 endlich deine 110.000 Euro zusammenbekommst und dann deine Therapie, deine Operation in Barcelona antreten kannst. Wir haben auch noch mal ein bisschen Geld gesammelt für dich bei der Viererkette. Natürlich jetzt nicht nur wir Podcaster, sondern die komplette Belegschaft, die da vor Ort war, die ganzen 200 Leute. Ich denke mal, die Präsidentschaftskandidaten haben da noch ein bisschen was mit in die Box geworfen. Also, auf jeden Fall kam eine stolze Summe zusammen. Weiß ich nicht, Sebastian, kann man die nennen? Na klar, es waren 1.000 Euro, darf man natürlich nennen und auch noch mal vielen Dank an alle, die am letzten Donnerstag im SSC waren und die Spendenbox so bereitwillig gefüllt haben. Also, das war wirklich mehr als erwartet und das war noch mal echt ein ganz schönes Zeichen einfach für Dennis und auch ein Zeichen dafür, dass wir diese Summe einfach noch voll kriegen, die da aussteht. Auf jeden Fall und solltet ihr noch spenden wollen, es gibt auf unserer Seite vfbstr.de die Möglichkeit, ja, auf die GoFoundMe Seite zu kommen von Dennis, wir haben die verlinkt, außerdem gibt es zwei Artikel und ein Video, das ich verlinkt habe, falls ihr die Geschichte rund um Dennis noch mal nachlesen möchtet. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr gerade jetzt zu Weihnachten noch mal vielleicht den einen oder anderen Euro übrig hättet und spenden könnt und dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass es noch ein weiteres Buch gibt, was ich euch unbedingt empfehlen möchte und zwar die Fußballheimat Württemberg geschrieben von dem großartigen Bernd Sauter. Es ist einfach ein tolles Buch und ich, oder anders, in mir reift schon die Idee, ja, es wird wahrscheinlich nicht umzusetzen sein, aber in mir reift die Idee, einmal mit Bernd Sauter diese ganzen Sportplätze abzufahren. Also das muss doch genial sein, weil der hat natürlich auch zu jedem Sportplatz eine Geschichte und keiner kann so schön formulieren wie Bernd Sauter, also nicht nur im geschriebenen Wort, sondern auch im gesprochenen und das ist, also wenn das kein Podcast ist, dann weiß ich auch nicht. Also Bernd Sauter erklärt Fußballheimat Württemberg. Mal gucken, was da noch so kommt. Ja, nee, es war grandios, also ich war ja bei, äh, bei seiner, ähm, Nicht-Lesung, möchte ich fast sagen, zum Buch, weil er hat keine Zeile aus seinem Buch vorgelesen und hat halt, ähm, vier oder fünf, ähm, Gäste eingeladen, ähm, die diese Geschichten erzählen und es war wirklich, ähm, ähm, äh, grandios, die Frau Klump, hieß sie glaube ich, die, ähm, Frauenfußball gespielt hat, bevor es überhaupt tatsächlich, äh, erlaubt war, ähm, ähm, und dann noch einen Herren, ähm, der in Stuttgart in der Jugo-Liga, ähm, tätig war, die ihre, ähm, Ergebnisse nicht an WLV, äh, durchgefunkt haben, sondern, ähm, wirklich nach Jugoslawien und es waren wirklich ganz großartige Geschichten und jede dieser Geschichten wird wirklich einen Zwei-Stunden-Podcast hergeben, also es war ein, ein wundervoller Abend und dieses, äh, dieses Buch ist halt voll mit diesen Geschichten, ähm, ähm, ja und es, äh, lohnt sich auf jeden Fall, ähm, das zu lesen, also für jeden, weiß, was er irgendwelchen fußballbegeisterten Freunden zu Weihnachten, äh, schenken soll, ähm, schenkt das Buch von Bernd Sautal, weil es ist einfach großartig. Und das Buch vom Vertikalpass. Ja, natürlich noch dazu, weil das ist so günstig, das kann man noch oben drauflegen, schenkt beide Bücher. So, Sebastian, dann danke ich dir, dass du wieder Zeit genommen hast, um mit mir so ein bisschen über meinen VfB Stuttgart und über deinen VfB Stuttgart natürlich auch zu sprechen. Man findet dich im Internet unter atbutze auf Twitter, außerdem natürlich deinen, genialen Blog zusammen mit dem Andreas, und zwar, äh, Vertikalpass, atvertikalpass, vertikalpass.de und es gibt natürlich auch noch eine Instagram-Seite vom Vertikalpass, die mir, darf ich das sagen, fast besser gefällt als die Twitter-Seite inzwischen, weil deine Storys mich immer wieder zum Lachen bringen. Also auch da noch mal Hinweis. Ich habe tatsächlich überlegt, ob wir nicht für VfB STR mal einen TikTok-Account anlegen. Du, gerne. Können wir machen, wenn du weißt, wie das geht. Also du hättest mich mal dabei erleben müssen, wie ich versucht habe, auf Instagram eine Story vom... Du, ich habe dich erlebt, wie du am letzten Donnerstag irgendwelche Instagram-Stories machen wolltest. schier verzweifelt. Du bist jünger als ich. Das habe ich schon relativ amüsiert zur Kenntnis genommen. Aber ich glaube, wir machen mal einen TikTok-Account und schicken unsere Daten nach China und haben dann ganz viele junge Fans. Währenddem du dich mit Instagram vertraut machst und jetzt wirklich zum Top-Instagrammer mit deinem Vertikalpass-Account geworden bist, da analysiere ich halt Spiele gegen Sandhausen für VfB Stuttgart. So hat dann jeder sein Steckenpferd. Wäre du dir halt irgendwie achtmal die Spiele in Osnabrück und in Sandhausen anguckst, da inspiziere ich halt TikTok und Instagram und ich weiß nicht was. Also, da steht übrigens auch noch an in der Winterpause, dass ich mir die ganzen Spiele nochmal anschaue. Ach Gott. Du bist echt ein Masochist. Ja. Ich muss es zugeben. Ja, es ist so. Ich komme nicht los davon, aber so ist es halt. Gut, mich findet man im Internet am besten auf Twitter unter diesen Podcast findet ihr auf Twitter und auf Instagram unter at vfbstr. Wie gesagt, jetzt auch mit Sebastian am Regler sozusagen. Ich habe das Ganze jetzt in professionelle Hände gelegt, denn mit mir hat das ja eh keinen Wert. Auf Facebook findet ihr uns unter at vf3str. Es gibt natürlich auch YouTube und Spotify und den ganzen Mist. Das findet ihr alle schon selber irgendwie heraus. Wichtig ist für euch eigentlich nur vfbstr.de und ich würde sagen, dann melden wir uns wahrscheinlich erst nächste Woche Mittwoch wieder, behaupte ich jetzt einfach mal so. Montags sind wir am Stadion, Dienstag muss ich mir das Spiel nochmal viereinhalb Stunden lang angucken und dann kommen wir irgendwo Mittwoch oder Donnerstag zusammen. Ja, Mittwoch, Mittwoch klingt eigentlich ganz gut. Also stellt euch schon mal auf eine verspätete Folge ein und dafür vielleicht aber mit drei Punkten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020